Musik Es ist der 8. Tag im Juni des Jahres 2017. Hier ist der Sendegarten, ihr hört die Stimme von Martin Rützler und ich begrüße alle ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe unseres kleinen bunten Magazins mit Blättern und Blüten und Gedanken und was auch immer uns durch den Sinn schießt. Heute im Garten sind dabei der liebe Sebastian. Guten Abend Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Und dann haben wir als ganz besondere Herausforderung diesmal eine Brücke über den Atlantik gebaut. Also ich nicht, sondern der Sebastian hat die gebaut. Und wir begrüßen Travis. Travis J. Doe. Hallo Travis. Hey, hey. Und der klingt, als würde er neben uns sitzen. Das ist unglaublich. Falls man mit Travis im Moment noch nicht so viel anfangen kann, vielleicht hat man das Angebot Amerikaner für euch schon mal gehört, das Podcast-Angebot. Da steckt Travis dahinter. Das ist eines von sechs Projekten, die er betreut. Mindestens sechs. Und die Details werden wir wahrscheinlich im Laufe des Abends herauskriegen. Da wollen wir dann mal fragen, wie das denn so ist. Wir denken ja immer, in Amerika ist alles, was Podcasts angeht, viel besser und toller. Und wir können ganz viel von Amerika lernen, aber vielleicht kann Amerika auch von Deutschland lernen. Wer weiß. Wer kann das besser sagen als jemand, der unsere Sprache da auch spricht, mit dem wir uns einfach locker unterhalten können. Und insofern ganz herzlich nochmal willkommen, Travis. Ja, danke. Ja, bitteschön. Bei dir ist es jetzt, hast du gerade gesagt, 11 Uhr mittags. Bei uns ist es 20 Uhr abends. Wie ist das Wetter? Ist es jetzt sommerlich, heiß? Oder wie können wir uns das vorstellen? Ja, es ist, oder heute wird es 22, aber bisher, also die letzten paar Wochen war es schon heißer, Sonne, wolkenlos. Heute sind ein paar Wolken da und ich freue mich. Also ich bin bloß zweieinhalb Jahre hier, aber jetzt jedes Mal, wenn es regnet, so, ich gehe nach draußen und freue mich, weil es nicht ganz so heiß ist. Ja, aber nee, ist angenehm auf jeden Fall. Okay, also. Es ist Sommer. Es ist auf jeden Fall Sommer. Okay, aber das ist eher das Problem, wenn es heiß ist. Also kühl ist schon mal besser. Mhm, ja. Ja? Okay. Na. Und Garten hast du auch, wo Blumen wachsen und Gemüse und irgendwas? Jetzt schon und ich habe mir immer schon sowas gewünscht. Also ich war, wie lange sind wir jetzt hier? Also jetzt habe ich so, ich miete ein Haus mit Hintergarten und so und davor war es halt eine Wohnung und ich habe so zum ersten Mal, als Erwachsener so einen Hintergarten und ich versuche so grünen Daumen zu haben. Also ich mache da so Experimente, was wächst und was stirbt. Aber ja, genau. Und das ist halt hier perfekt. Also theoretisch könnte man hier alles, wächst alles, könnte man alles anbauen und oh ja, das ist cool, dass ich hier so das Hobby haben kann. Wir haben noch gar nicht gesagt, wo genau du sitzt. Du sitzt in Santa Clara, Kalifornien, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ja, gut. Genau. Vielleicht sollte ich, genau, also für die, die mich gar nicht kennen, sowas, also ich bin Amerikaner, meine Eltern sind Amerikaner, aber ich bin mit vier Jahren, ist meine Familie nach München gezogen und ich wohnte zehn Jahre in München. Also ich bin in München aufgewachsen, mehr oder weniger. Und dann Highschool und Uni hier in Oregon und dann nach der Uni nach Prag für zehn Jahre. Also ich bin 20 Jahre in Europa gewohnt, gelebt, gearbeitet und aufgewachsen und so, auf deutsche Schulen und so. Und jetzt bin ich erst zweieinhalb Jahre wieder hier und ich hatte so den Culture Shock so umgekehrt, so als Amerikaner zurückzukommen. So, oh, ich kann alle verstehen und alle verstehen mich, aber wow, sind Kalifornier weird. Und, ähm, genau, also ja, ich sehe das so, ich sehe das immer noch so als Außenseiter oder Tourist praktisch, aber, ähm, genau, also ich freue mich so, okay, was kann ich in Kalifornien machen, was ich vielleicht in Prag nicht machen konnte und, ähm, Hintergarten ist eine Sache, ich fahre Motorrad und, genau, und, ja, ja, das ist, ähm, ja, aber ich bin auf jeden Fall noch Tourist, also ich gewöhn mich an das Ganze noch. Ich, ich, ich brenne noch leicht in der Sonne und vergiss, oh, ja, aber, ja. Sehr schön. Okay, äh, wir wollen nicht zu weit vorgreifen, wir nehmen dich gleich in aller Ruhe durch, äh, wir gehen aber erst einmal auf unsere neue Ernte, also was bei uns an Feedback reingekommen ist und da haben wir ja unseren kleinen Trenner dafür. Ich hab in der letzten Episode aus der Hohlen Hand was über MP3 erzählt und das war natürlich nicht richtig. Wie immer, wenn ich einfach mal drauf losrede, besteht die Gefahr, dass die Sachen nicht stimmen und in diesem Fall war das auch so. Das hat, äh, der Sebastian gemerkt, der hat schon während der Sendung ein bisschen gezuckt und hätten wir am selben Tisch gesessen, bin ich sicher, er hätte mich, äh, vor Schienmein getreten, aber das konnte er ja nicht. Ähm, so haben wir eine Zuschrift bekommen vom Andi aus München, ganz herzlichen Dank, Andi oder Sartner, äh, ich vermute mal, man spricht das so aus, Sartner, Sartner, ähm, das er uns über Twitter erreicht hat und er schreibt zu SEG24 und die Kapitel, es ist genau andersrum, als du sagtest, Martin, ähm, MP3 ist einfacher zu parsen, weil die ID3-Tags am Anfang stehen. Ich hatte ja behauptet, die ID3-Tags, beziehungsweise die ganzen Metadaten wären über die Audiodatei verteilt, ähm, das ist nicht so, natürlich, ähm, habe ich kurz, nachdem ich unsere Sendung gemacht habe, in den Kondensator-Podcast reingehört vom Stefan Traut und da wurde es natürlich richtig erklärt und, äh, ich erlaube mir jetzt einfach mal den Stefan Traut hier nochmal zu Worte kommen zu lassen, damit wir auch alle wissen, wie es richtig geht. So, hier ist aus dem Kondensator-Podcast ein Ausschnitt. Außerdem ist MP3 in meinen Augen das einzige Format, was Kapitelmarken sinnvoll irgendwie unterstützt, ähm, es gibt auch Kapitelmarken in, äh, MP4-Audio, allerdings ist da das Problem, dass die Kapitelmarken über die ganze Datei verstreut sind und das eignet sich nicht gut für das Streaming, was jetzt viele auch gerne machen. Also, äh, im Podcast kleine Datei nicht mehr erst komplett runterladen, dann anhören, sondern einfach direkt loshören und streamen, so wie das auf Spotify auch passiert und, äh, da ist es natürlich ein Problem, wenn man Kapitelmarken in der Datei hat, die über die ganze Datei verstreut sind, denn die kann man dann erst vollständig sehen, wenn man die ganze Datei gelesen hat. Bei MP3 ist es nicht so, da stehen die komplett am Anfang, es ist so ein bisschen ein Gefrickel, weil die über die MP3-Tags gelöst sind, aber, äh, im Endeffekt funktioniert das super gut. Man muss nur den Anfang der Datei lesen, hat die ganzen Kapitelmarken da und kann dann an beliebige Stellen springen, ohne dass man da jetzt die ganze Datei schon heruntergeladen haben muss. Also, ich wollte es nur nochmal auf den Punkt springen, die MP3 ist nicht tot, ähm, es lebe die MP3 und ich denke, es wird, äh, sehr viel mehr Software für MP3 geben als vorher, vor allem, weil die Lizenzen jetzt nicht mehr benötigt werden. So, das war der Stefan Traut aus dem Kondensator-Podcast, ein Podcast, den man auf jeden Fall immer auch empfehlen kann, denn der Stefan gibt in sehr kompakter Form technische Hinweise oder Veranstaltungshinweise oder was auch immer, alle möglichen Nachrichten aus dem Podcast-Land viel präziser und viel kompakter, als das der Sendegarten schaffen kann. Also, das ist sozusagen die Stelle, wo man sich echt informieren kann. Das nächste Thema ist auch eine Rückmeldung, diesmal vom Brombeer-Verhalter, ähm, ich hatte mich zu der kühnen Aussage beim letzten Mal hinreißen lassen, dass ich sagte, Busfahrer zu sein, das war mal so ein Kindheitstraum von mir, aber wenn ich seine Geschichten höre, dann habe ich, bin ich ganz froh, doch nicht Busfahrer geworden zu sein. Das hat er gehört und hat gesagt, naja, da kommt mir jetzt mein Berufsstand aber doch ein bisschen zu schlecht dabei weg und hat in seiner nächsten Episode, ähm, das ist die 219, hat er darauf geantwortet sozusagen und ich habe mich mehr erlaubt, das da herauszuschneiden. Also, hier ist der Brombeer-Verhalter. Ich habe heute Morgen vor der Abfahrt zu Hause die aktuelle Folge des Sendegartens gehört und wurde da von Sebastian Reimers und Martin Rützler erwähnt. Dafür bedanke ich mich recht, recht herzlich. Und Martin erwähnte dann so, ja, er hätte früher wohl mal davon geträumt, Busfahrer zu werden und seit ich von meinem Job erzähle im Podcast, ist er froh, dass es nicht geworden ist. Lieber Martin, das ist ein verzerrtes Bild. Ich erzähle natürlich von den besonderen Dingen. Das heißt, wenn ich so einen scheiß Tag habe, vor dem ich zu erzählen habe, dann ist es tatsächlich trotz allem die Besonderheit, die schönen Tage überwiegen. Aber wie das in den meisten Jobs ist, die schönen Tage, die haben relativ wenig, was man anderen Leuten spannend erzählen kann, ne. Also, Bedenken solltest du erst haben, wenn ich im Podcast davon erzähle, dass irgendwie so, ja, ein Tag total super war, weil alle Leute mich freundlich behandelt haben und weil alles glatt gelaufen ist und sonst was. Denn wenn ich davon irgendwann mal so erzähle, dann ist das die Besonderheit. Und spätestens dann werde auch ich mir einen anderen Job suchen. Verlass dich drauf. Also, das ist wie bei den Nachrichten. Schlechte Nachrichten haben einen höheren Kundenbindungswert als gute Nachrichten. Deswegen erscheinen sie prozentual häufiger. So ist es auch bei mir. Ich erzähle halt von den Dingen, die vom normalen Alltagsgeschehen stark abweichen. Und das sind dann eben zum Beispiel beschissene Montage mit kotzenden Kindern, Platten, Reifen und Ausrastern und sonst irgendwas. Aber dadurch, dass ich davon erzähle, kann man sich schon denken, es ist eine Ausnahme. Also, alles gut. Ich bin nicht masochistisch veranlagt. Und wenn das die Regel wäre, dann wäre ich, wie gesagt, schon längst auf der Suche nach was anderem. Ist im Moment nicht der Fall. Und heute zum Beispiel war ein wunderschöner Tag. Fernfahrt, großer Bus, schönes Wetter, Bier zum Feierabend, auf dem Weg zur rituellen Kultstätte. Und mit viel Glück habe ich morgen auch keinen Strafzettel am Bus hängen. Denn die als Busparkplätze ausgewiesenen Lücken in meiner Stammparkstraße, die waren alle schon belegt. Und weil ich dann doch ein bisschen mit meiner Lenkzeit an die Grenzen kam, habe ich mich jetzt halt auf die andere Seite gestellt, wo eigentlich nur Pkw in der Parkspur stehen sollen. Und ich hoffe einfach mal, dass das bis morgen früh, wenn ich so gegen acht oder so circa losfahren werde, noch niemanden gestört haben wird. Da war auf jeden Fall noch massig frei, sodass ich nicht Angst haben muss, dass noch enorm viele Anwohner von der Arbeit heimkommen, die da jetzt keinen Parkplatz finden. Weil es war ja auch schon 20 Uhr, als ich meinen Bus dort abgestellt habe. Ich denke mal, das wird passen. So, das war der Bromwerfhalter. Also ich darf mir doch meinen Kindheitstraum noch erhalten. Also Busfahrer sein ist doch nicht so schlimm. Und was er gesagt hat, es wird erst dann gefährlich, wenn wir uns die guten Nachrichten als seltene Nachrichten mitteilen. Das erinnert mich sehr an Holger Klein. Der hat das damals auch mal gesagt, irgendwo im NSFW oder so. Das hat mir damals schon imponiert. Und er spricht das genauso an. Ja, hat natürlich recht. Also solange die schlechten Nachrichten noch die berichtenswerten sind, heißt ja, dass die Menge der Dinge, die uns passieren, gute Dinge sind. Das sollte man wirklich nicht vergessen. Sehr gut. Dann habe ich noch einen... Und yay, Bromwerfhalter. Yay. War er schon mal bei euch zu Gast? Nein, der war noch nicht bei uns zu Gast. Den sollten wir mal einladen, ne? Ich glaube, er heißt Daniel, oder? Genau. Bromwerfhalter Daniel. Ja. Yeah. Er hat mich auch schon mal erwähnt. Deswegen, äh, ja. Ah, okay. Deine Show ist cool. Ja, doch. Ich habe noch eine Nachricht oder einen Hinweis in eigener Sache. Und zwar ist im Laufe der letzten Woche an mich unter anderem eine Diskussion herangetragen worden und da ging es so ein bisschen darum, was hat der Sendegarten eigentlich für eine Funktion in der Community? Ich betrachte das Ganze hier tatsächlich als relativ zwangloses Treffen. Also klar, wir geben uns natürlich Mühe, die Sendung irgendwie zu gestalten, um den Inhalt zu füllen, um mit interessanten Gästen Termine zu machen und so weiter. Das ist nicht ganz zwanglos, logischerweise, aber ansonsten, das ist hier kein Maßstab für irgendwas. In den Setzlingen sage ich das ja gerne beim Disclaimer dabei, das ist keine Empfehlung in dem Sinne, sondern jeder ist gleich gut, ist einfach nur aufgefallen. Und wir können hier tatsächlich nicht so eine Art Zentralorgan des deutschen Podcast-Landes oder sowas sein und auch nicht dafür sorgen, dass über so einen zentralen Kanal beispielsweise jede neue Episode oder sowas bekannt gegeben wird. Das können wir einfach von der Man- und Woman-Power überhaupt nicht leisten. Und ich glaube auch nicht, dass das ein gutes Ziel wäre für den Ansatz, den wir jetzt hier gerade gesucht haben. Es wurde damals in diesem Gespräch der Vergleich mit der Pott-Union gezogen. Da wäre es so gewesen, dass man über alle neuen Episoden, die irgendein Mitglied der Pott-Union erzeugt hat, dann auch über den Kanal der Pott-Union informiert worden sei. Das ist richtig, aber das ist natürlich auch ein anderer Ansatz gewesen, denn die Pott-Union war ja ein Verzeichnis eingeschriebener Podcasterinnen und Podcaster und es war ganz klar, wer da zugehört, über dessen Angebot wird kontinuierlich informiert. Der Sendegarten hat sowas nicht. Wir haben kein Verzeichnis. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen oder aufhören sollte, um Episoden zu empfehlen. Was über den Kanal, über den Twitter-Kanal vom Sendegarten läuft, das ist rein subjektive Auswahl im Moment von mir, aber Zugriff haben alle Teammitglieder und es kann durchaus auch sein, dass jemand aus dem Team irgendwas twittert, aber einfach nur aus persönlicher Neugier und Interesse oder was auch immer Neigung. Eine vollständige Abdeckung des Podcast-Landes werden wir auf diese Weise sicherlich nicht schaffen. Also da möchte ich auch gerne allen zu hohen Erwartungen und ein kleines bisschen entgegenwirken. Also wir sind hier einfach ein paar wenige Leute, die die Ohren und Augen offen halten und versuchen so ein bisschen regelmäßigen Content zu machen. Durchaus auch mit dem Gedanken, dass sich hier Leute vorstellen können, die vielleicht so da auch dann einfach mal so ein bisschen Gehör verschaffen. Wir haben gerade mal 500 Hörer pro Episode. Also das ist jetzt kein Riesending irgendwie in der Podcast-Landschaft. Gut, die Fußball-Folge vom Genetzer, von Max Ost, die hat tausend Downloads, aber das liegt natürlich nicht an uns, sondern an ihm und seinem Fußball-Thema. Also bitte, da möchte ich nochmal sagen, bitte die Bedeutung des Sendegardens nicht zu hoch hängen, um Himmels Willen. Sonst läuft da irgendwie was schief und wir kriegen das nicht wieder eingefangen. Also nur das mal so in eigener Sache. Dankeschön. Jetzt kommen wir auch schon zum... Ja, mir ist das wichtig, dass das nicht... Kann ich meine zwei Cent dazugeben? Ja, gerne, natürlich. Weil ich finde, was ihr macht, klasse. Und das ist einfach, ihr bietet einen Service dar. Also ihr seid, auch wenn ihr bloß zu dritt oder viert oder was auch immer seid, dann seid ihr mehr als ich alleine, der irgendwie... Also viele Podcasts, die ich höre, wurden in anderen Podcasts empfohlen. Manchmal browse ich durch iTunes oder wo auch immer oder tipp irgendwo History Podcast rein und schau, was es gibt. Aber im Normalfall ist es immer was, was jemand empfiehlt oder mindestens... Vor allem, wenn jemand einen anderen Podcaster zu Gast hat, dann hat man den gehört und so, oh ja, okay, ich gebe denen mal eine Chance, ich höre eine Folge. Und erstens seid ihr dazu viert besser als ich alleine oder ein Einhörer sein könnte. Und zweitens, ich glaube, es wird sich ja immer verbessern. Ihr werdet durch Twitter und so, dann sind es viel mehr als bloß drei, vier Leute. Dann sind es Hunderte oder Zehn oder keine Ahnung, Dutzende, keine Ahnung. Aber die geben euch dann Vorschläge. Und wenn ihr dann zehn Vorschläge von einem Podcast habt, dann denkt ihr, okay, dann muss ich mal reinhören. Und dann kommt vielleicht auch dieser Podcaster, diese Podcasterin zu Gast und so. Und ich finde das eigentlich sehr wichtig. Also ich finde das toll. Es gibt sowas auch im Englischen, aber von euch habe ich irgendwie schon länger hergehört. Vielleicht, ich weiß nicht wie, ich weiß jetzt nicht mehr wie, aber nee, ich finde, dass die deutsche Podcast-Szene sowas hat, dass jemand sowas macht, ist halt wichtig. Also das ist halt, nein, ihr seid die Klempner von der Szene, ihr seid die Electricians, jemand muss das machen. Jemand muss so ein bisschen, das hier habe ich entdeckt und das würde euch gefallen und nee, das ist toll. Ja, aber wir sind eben nur Amateure, Hobbyisten und wir können das leisten, was wir leisten können. Und wenn mal eine Sendung ohne Vorbereitung passiert, weil einfach keine Zeit war, sich immer irgendwo einzulesen oder einzuhören, dann ist das eben auch so. Also das geht dann also nicht besser. Aber das ist der Standard. Das ist, also wir sind alle irgendwie Amateure irgendwie und lernen das so. Also ich komme nicht vom Radio, ich komme nicht, ich hatte keine Ahnung von Audioqualität und Einstellungen und so und was ich da machen sollte. Und ich glaube, das ist normal. Das ist die Erwartung. Also der Inhalt ist wichtiger als die Qualität bei sowas, was wir machen, glaube ich. Und ja, also das ist kein Problem. Super, vielen Dank. Du hast dich schon so reingedrückt, obwohl du noch gar nicht auf der Gartenbank sitzt. Und jetzt kommen wir erstmal richtig und offiziell auf die Gartenbank. Oh, okay. Ja, mit den kreischenden Vögeln bist du jetzt sozusagen richtig auf unserer Gartenbank gelandet. Und ich sage nochmal den Namen, TravisJ.J.Dow. Magst du das J auflösen oder bleibt das ein Geheimnis? Ich heiße John, also TravisJohnDow. Aber es gibt einen anderen TravisDow und auch aus Oregon. Das heißt, wenn man TravisDowOregon tippt, der wohnt in der gleichen Stadt wie mein Bruder und der ist Country-Western-Sänger oder sowas. Und deswegen bin ich TravisJ.Dow, der Podcaster. Okay, TravisJ.Dow, bist du schon mal nackt Fahrrad gefahren? Das macht man bei euch in der Gegend doch gerne, oder? Streaking? Also ich habe das nicht gemacht. Oder meint ihr so den offiziellen Marathon oder so Fahrrad? Nee, den Portland Nude Biking Day oder was da war im Mai. Okay, ich habe das irgendwann mal gesehen und dann habe ich gesagt, Moment mal, Amerika? Nackt Fahrrad fahren? Das geht doch gar nicht. Die sind doch alle so prüge. Portland ist wirklich was für sich. Ja, Portland ist was ganz, ganz eigen. Wenn ich was total irre sehe und oft, also so Facebook oder Twitter und teilweise so von Deutschen so, guck mal, wie weird Amerika ist. Ich denke mir schon, oh, die reden über Portland. Und dann klicke ich und sage, ja, sure enough, da wurde mein Bruder geboren. Da wohnte ich, bevor ich nach München zog. Ja, ja, genau. Aber du bist da nicht geboren. Du bist jetzt kein Portlander. Ich bin Stunde oder so südlich mit dem Auto. Also so 60 Meilen oder so südlich. Oh, ein bisschen weird darfst du dann auch noch sein. Ja, also von Oregon auf jeden Fall noch. Und ja, ja, so vom Hinterwald, genau, Hinterland hier. Ja, ja, also du bist in Amerika geboren, da, wo du gerade gesagt hast, eine Stunde südlich von Portland. Bist dann nach München gekommen, von München nach Prag und dann wieder zurück nach Amerika. Genau, das ist die Kurzfassung. Okay, ja, mehr kann ich nicht. Nee, also ich glaube, das hier war mein 8., also von Prag nach San Jose jetzt, also Santa Clara. Das war, glaube ich, mein 8. Intercontinental-Umzug. Also ich bin, ganz schnell sage ich das. Ich bin also mit 4 Jahren nach München, mit 10 Jahren nach Nordkalifornien, mit 12 Jahren nach München, mit 14 Jahren nach Corvallis, Oregon, meine Geburtsstadt, auf die Highschool, mit, und davor noch nach Corvallis, nach Portland, aber okay. Und dann mit 18, nach meiner Uni, bin ich noch ein Jahr zurück nach München, auf einer Berufshotelfachschule. Und dann zurück nach Corvallis auf die Uni, Oregon State, Go Beavers. Und dann zwei Wochen nach der Uni nach Prag. Und da wohnte ich 10 Jahre ununterbrochen und zog dann hier nach Silicon Valley zurück. Also das war das dann, das achte, also immer so hin und her und in Deutschland, in deutsche Schulen, also auf einer deutschen Grundschule und Realschule und so und hier auf einer normalen öffentlichen Highschool. Und ja, ja, also genau. Immer hin und her. Haben deine Eltern da irgendwie Gründe gehabt, so dauernd umzusehen? Also du auf einer Hotelfachschule, das kann ich ja verstehen. Mein Vater ist einfach, wie sagt man, also ist einfach, er hat einfach eine unruhige Seele irgendwie und wollte immer, er wollte, er war einfach Abenteurer in einer Hinsicht und hat auch, glaube ich, gesehen, dass, wenn seine Kinder gleich von sehr früh an so die Welt ein bisschen kennenlernen oder das Ausland ein bisschen kennenlernen, dass das was bringen würde und hat einfach die Chance genutzt. Aber er ist dann wirklich, also er war Software oder ist immer noch Softwareentwickler. Jetzt hat er sich endlich in Oregon Land gekauft und meine Schwester, also so, also meine Schwester hat ein paar Pferde und so und hat sich beruhigt, sage ich mal so. Aber davor war es wirklich, ich glaube, bevor ich 18 war, bin ich, glaube ich, 21 Mal so umgezogen, so um München rum, also viele Vororte von München und Starnberg und kein, also überall und, und ja, also er war einfach immer so, oh, das ist eine schönere Nachbarschaft oder kaufen wir dieses Haus und das ist das letzte Haus, was ich jemals in meinem Leben kaufe. Und das habe ich schon 20 Mal jetzt gehört. Und, also ja, das, das, das war einfach so, also einfach, ja. Und das verstehe ich dann auch. Ich wollte dann auch, also nach der Uni wollte ich einfach Abenteuer, ich wollte weg, ich wollte neu, einen neuen Fleck, einen neuen Fleck der Erde erkunden. Und, ja, also das habe ich auch irgendwie in mir. Und sowieso Amerikaner an der Westküste, das muss irgendwie genetisch sein, weil alle, jede Generation ist irgendwie von Schottland nach Holland oder, oder von Frankreich nach Idaho und, oder Nebraska und alle, alle paar Jahre ein bisschen weiter westlich, alle Generationen, ein paar Staaten weiter weg geboren. Ähm, und ja, also das ist bei mir, das muss irgendwie in der, in der DNA liegen, glaube ich. Von der Dose, äh, die dann da sind. Ja, ja, von beiden Seiten, von beiden Seiten, oh ja, ja. Ähm, aber, ähm, du hast, ja gut, du warst quasi als Kind und Jugendlicher in Deutschland und hast das quasi als zweite Muttersprache gelernt. Deswegen sprichst du so gut Deutsch oder gibt es da noch andere Gründe für? Ich hab, also, okay, es gab eine Zeit, wo Deutsch viel besser als mein Englisch war. Zum Beispiel, also ich auf die High, ich zog einen Tag, bevor die Highschool anfing, zog ich nach, äh, nach Amerika und mein Deutsch war viel besser. Ich und mein Bruder redeten einfach Deutsch miteinander. Und nach einer Weile dann kam so eine Mischung. Aber als ich ankam, kam immer die Frage so, wo kommst du her? Und so, ich wurde, also hier geboren, also in einem Krankenhaus da an der Ecke. Also, äh, also ich, also ich war in meiner Heimatstadt, aber klang nicht so. Ja. Und, aber nach, nach Highschool und so, ähm, glaube ich, hat sich das so ausgeglichen. Und als ich dann, ich hab's dann gemerkt, als ich dann nach München zurückzog, müsste ich mir wieder Mühe geben. Und ich hatte irgendwie einen Akzent, den ich nicht mehr loswerden konnte. Als Kind hatte ich den Akzent nicht. Also, mein Deutsch war einfach meine primäre Sprache. Und, ähm, unsere Eltern haben uns gezwungen, zu Hause Englisch zu sprechen. Aber, ähm, aber, und es ging halt immer hin und her. Ja, aber an der Uni hab ich dann, äh, mein, ein Deutschprofessor, so im letzten, vorletzten Jahr, hatte mich dann so überzeugt, slash einfach befohlen, dass ich als zweites Hauptfach, also einen zweiten Bachelor machen, einfach in Deutsch. Und dann hab ich so eineinhalb Jahre nochmal so Deutsch studiert und einfach mich damit beschäftigt. Und dann wurde ich natürlich besser. Und dann danach in Prag, ich hatte, also viele Jobs bekam ich, weil ich Deutsch konnte. Ich arbeitete an einem IT-Haupt, in dieses erste Jahr hab ich sogar Deutsch unterrichtet. Oh Gott, also, da tun mir die, meine Studenten leid. Aber tatsächlich, ich hab den Arm in Tschechien Deutsch beibringen wollen. Und, ähm, und auch Englisch. Und dann, ähm, dann hab ich so IT-Helpdesk, wo ich dann auch, ähm, am Telefon Deutsch sprechen müsste und IT-Probleme auf Deutsch lösen musste. Und das hat sich, also, äh, und so weiter. Also, ähm, ich hab, jetzt hab ich sogar einen deutschen Chef hier in Kalifornien. Er kommt aus Baden, also irgendwie, Baden-Württemberg irgendwo. Und, ähm, also, ich, ich glaub, ich geb mir natürlich Mühe. Ein, ein, ein Grund für die deutschen Podcasts war, okay, jetzt, jetzt wohne ich in Amerika wieder und wenn ich mir nicht Mühe mache, dann, ähm, verliere ich das so langsam wieder. Dann fehlen mir die Worte und ich müsste länger überlegen und es ist nicht so flüssig. Und, ja, deswegen, genau. Ich geb mir, ja. Also, es ist nicht so ganz natürlich, aber es wird immer leichter. Umso öfter ich Deutsch rede, das ist, ja, das ist logisch. Kannst du denn auch so fließend Tschechisch sprechen? Absolut nicht. Nein. Gut. Also, absolut hab ich jetzt gedacht. Du würdest tatsächlich die dritte Fremdsprache, du bist ein Sprachengenie, hab ich gedacht. Das ist ein total anderes Thema, aber also Tschechisch ist wirklich, glaube ich, ganz objektiv gesehen schwer zu lernen. Ich glaube, schwerer als ähnliche, also wenn man das jetzt mit Russisch oder Polnisch oder so vergleicht, ist, glaube ich, Tschechisch ein Stückchen schwerer. Es ist ein Stückchen schwerer von der Grammatikregeln her als Slowakisch und die sind sehr ähnlich eigentlich. Also man versteht eins, wenn man das andere kann. Und das ist, ich habe mich immer ein bisschen geschämt. Also mein Restaurant Tschechisch ist toll. Ich kann Bier bestellen und ich kann Leute, die mich besuchen, beeindrucken. Aber Tschechen sofort so. Wie lange bist du hier? Zehn Jahre? Hm. Meine Frau kommt aus Costa Rica, also spricht Spanisch als Muttersprache und hat in Tschechisch ihr Studium gemacht, hat wirklich und innerhalb von sechs Monaten das Ganze gelernt. Aber ich war immer in einer Umgebung, wo man Englisch reden musste. Ich habe entweder Englisch beigebracht oder es war eine Amerikanische, ich arbeitete auch für deutsche Firmen, aber dann die Sprache war Englisch und alle Tschechen und so sollten immer Englisch reden. Und ja, war dann, und dann habe ich halt meine Freundin gefunden aus Costa Rica und mein Spanisch ist viel besser geworden. Ja, klar. Aber, ja, nee, und ja, ja, das ist, als ich in Deutschland wohnte, habe ich so die, ah, du bist Amerikaner, aber das ist doch eine Schande, dass du so schlecht Deutsch kannst. Du bist genauso lange wie ich hier und so, aber wenn man an einem, in diesem Army Base, also in dem Militärlager aufwächst und mit amerikanischen Kindern aufwächst und die haben ein ganz anderes Verhältnis mit der deutschen Sprache einfach. Und die gucken amerikanisches Fernsehen und dann, jetzt sehe ich so die andere Seite, so okay, ich habe in Tschechien, in Deutschland habe ich deutsches Fernsehen geguckt, in Tschechien habe ich irgendwie was Englisches gestreamt irgendwo und kaum den Radio oder Fernseher, also es ist einfach eine andere. Ja, also, ja, ich bin mir, ich vergebe leichter meine Landsleute im Ausland jetzt. Ich kenne das. Ja, sowohl die USA als auch Deutschland machen sich ja viele Gedanken darüber, wie gehen wir mit Zuwanderern um, mit Einwanderern und sind wir fremdenfeindlich oder fremdenfreundlich? Wie ist es dir ergangen, als du in einem fremden Land warst, also sei es als Amerikaner in Deutschland oder als, ja, deutscher Amerikaner in der Tschechei oder in der Tschechoslowakei, Entschuldigung, oder wieder dann zurück? Ja, Zuhause, was eigentlich erstmal kein Zuhause war, sondern erstmal wieder erobert werden wollte. Was hast du für Erlebnisse gehabt da? Ja, das ist, das ist, oh, das ist so ein Thema. Ich habe, ich habe mal eine Folge gemacht, wo ich versucht zu erklären, erklärt habe, was a third culture kid ist, also ein Kind, der in einer anderen Kultur aufwächst als die Eltern oder irgend sowas. Und in mancher Hinsicht habe ich wirklich mehr gemeinsam mit, also viele von meinen Kumpels in München waren Türken, also so zweite Generation Deutsch, you know, Turkish, Germans, whatever. Und ich kann mit, sobald ich, also erst waren die ein bisschen komisch mit mir und warum und keine Ahnung, aber sobald irgendwie rauskam, dass ich Amerikaner bin, so, oh, du bist kein Deutscher und was, und was, und da war irgendwie dieses Connection mehr als mit den anderen in meinem Klassenzimmer teilweise, also an einer Seite. Und ich war einfach immer der Ausländer. Ist es egal, ob ich jetzt Amerikaner in Deutschland bin oder, oder Amerikaner in Tschechien oder, ähm, Deutscher in Amerika, also wirklich, ähm, ja, mein Englisch war so schlecht, dass, dass sie irgendwie nicht einfach so, ja, okay, aber du bist German, das ist okay. Ähm, und diese Sache ist schon, also, das ist die eine Sache, dass, 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 ähm, also ich war mal, ich war ein Jahr lang illegaler Immigrant, also, ich war, ähm, der Ding, was alle, wovor alle Amerikaner Angst haben und, aber das war eben kein Problem, weil ich Amerikaner bin und in Europa könnte ich einfach irgendwo wohnen und es wird nicht oft nach Visum gefragt oder, oder sowas, ähm, ähm, auch wenn ich mich nicht einblende, wenn ich so Baseball-Cappy oder so aufhabe und so, okay, das ist ein Amerikaner. Aber trotzdem ist es nicht so, als, als wäre ich ein, ein Syrier oder Türke, der einfach, man erkennt sofort, ich war mal in Afrika auf der anderen Seite und wenn man von einem, von einem Kilometer weit Entfernung erkennt, das ist ein Fremder, der kommt nicht von hier und das ist halt eine, so eine Sache. Aber ich war immer Amerikaner in Europa, das ist halt, okay, wenn rauskam, so Travis, bist du, auch wenn ich keinen Akzent hatte als Kind, so Travis, das, wo kommt der Name her, ist das? Das, und dann war halt so, ah, du bist Amerikaner und erzähl uns doch, sag doch was auf Englisch und, und, ähm, wo kommt, und dein, dein Vater ist Kalifornier und bla und wie ist das denn? Und das war halt immer so eine Sache, also am liebsten hätte ich einfach einen deutschen Namen und hätte es nie erwähnt und sobald ich wieder in Amerika kam, hatte ich einfach, ich hab nie, ich hab nie erwähnt, dass ich Deutsch spreche. Das waren immer meine Kumpel, so, hey, that dude speaks German, frag den, sag den mal, dass er was auf Deutsch sagen soll und, ähm, sag ihn, dass er dich anbrillen soll, das ist voll geil und, also, so, so ein Quatsch halt, so, so Party-Tricks. Und, ähm, ja, das ist, das ist komisch, Ausländer zu sein oder woanders in einer anderen Kultur zu sein. Man lernt natürlich viel, es ist natürlich eine Herausforderung und wenn man das überwindet, dann, dann ist man, glaube ich, also, dann lernt man einfach so viel dazu, dass man nirgendwo anders, nirgendwie anders lernen kann, wie andere Leute in anderen Ecken von der Welt sind, wie sie leben und so. Ähm, aber andererseits, ich bin Amerikaner, ich hatte immer diesen amerikanischen Pass, es ist nicht so, als, als wäre ich jetzt, hätte ich im Klassenzimmer Probleme mit, ähm, weil ich, weil ich irgendwo herkomme, sondern es war halt, oh, der, das ist, das ist der Armee in der Ecke. So, das ist, ja, hm, komisch, also, wie gesagt, es ist ein langes Thema, habe ich offensichtlich viel drüber nachgedacht in den Jahren, aber, ja, ja. Interessant ist, für mich, für mich ist natürlich immer interessant der Blick, ähm, wie sehen, wie werden die Deutschen, also, ne, mit allen, die Deutschen gibt's nicht, aber wie wird Deutschland sozusagen von außen wahrgenommen? Ähm, für dich wäre jetzt eigentlich eine gute Frage, was von, was von dem, was in dir deutsch ist, magst du gerne und was von dem, was in dir deutsch ist, würdest du gerne loswerden? Ja, und dieses Gespräch hatte ich schon ein paar Mal, so, über Bier in Prag mit meinen, in Prag hatte ich auch teilweise einen deutschen Chef oder, ähm, und hier auch, und, also, hier reden wir über Silicon Valley, die Kultur, oder dort eben über, über so die, die, was, was so richtig tschechisch ist, oder die, die, ähm, slavische Kultur. Und es ist interessant, weil einerseits gucke ich die um mich rum an und ich habe so ein Gefühl, so als Außenseiter, so, oh Gott, ist das, ähm, der macht irgendwas so, so exotisch-europäisches, ja, so, so, oh Gott, ist das Deutsch in der Hinsicht von, ähm, ich muss Deutsch sprechen können, um das mitzuerleben und, und, und ich kann nicht glauben, dass er wirklich sowas Stereotypisches gesagt hat, ähm, aber andererseits bin ich dann immer auch ein bisschen defensiv, ähm, wenn jemand, keine Ahnung, also, das ist schwer zu, oh, okay, wenn jemand langsam zu Fuß geht, und ich rede jetzt hier als, als Münchner, wenn jemand langsam vor mir zu Fuß, Amerikaner wissen nicht, wie man zu Fuß geht, sie wissen nicht, dass man ein bisschen zur rechten Seite stehen sollte, wenn man vorbeigeht, sie, 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 sie sind es dann einfach nicht gewohnt, das ist von, von, einfach vom Auto, im Parkplatz, zur, zur Tür, und sie gehen langsam, und sie gehen irgendwie mitten im Weg, und wie Touristen eigentlich, und das ist halt, das nervt mich, und dass mich das nervt, ist halt wirklich typisch Deutsch, also, das ist einfach, das waren diese Jahre in meiner Jugend, wo ich halt in München aufgewachsen bin, und alle wissen, wo sie hingehen, und sehr zügig laufen, und keiner steht im Weg irgendwie, außer die amerikanischen Touristen, ja, das ist genau sowas. Okay. Pünktlichkeit, an sowas liegt mir viel, und das ist nicht Westküste, das kommt nicht von Oregon oder Kalifornien, so, ich, ich mag es, wenn man pünktlich ist, ich mag es, wenn man meine Zeit nicht verschwendet, so, und, wenn man halt nicht, und in Kalifornien ist, oh, don't worry about it, ja, das ist kein Problem, und, ah, was? Es ist 20 Uhr, come on. Ja. Okay, und was würdest du gerne loswerden, also, was, was, wo bist du froh, dass du jetzt in einer Umgebung bist, wo du mit den typischen, exotischen Deutschen geflogen hast, nichts mehr zu tun hast, exotisch-europäisch, das habe ich mir gerade notiert, das finde ich eine sehr interessante Formulierung, habe ich noch nie so gehört. Muss man, ja, genau, das ist, so sehe ich manche Sachen von einer, ich meine, nach zehn Jahren Prag, jetzt, jetzt vermisst, also, jetzt habe ich so Heimweh nach Prag, aber, ähm, es dauert erst ein paar Jahre, bis man so richtig definieren kann, so, was ist typisch tschechisches Benehmen, oder was ist typisches, ähm, bayerisches Benehmen, oder sowas. Ähm, aber wenn man das mal weiß, und wenn man dann mal, also, eine Geschichte habe ich jetzt, und, und ich bin dann, ich glaube, ich habe die Uni angefangen, sorry, und gerade die Uni angefangen, ich glaube, das war die erste Woche, zweite Woche wieder zu Hause in Oregon, und ich dachte mir, ich wohne jetzt schon, also, jahrelang in Oregon insgesamt, und ich bin noch nie mit dem öffentlichen Verkehr gefahren, und deswegen, ich, ich probiere es einfach mal, das kostet 25 Cent, Ich meine, warum nicht, einfach so, so zum Spaß, mal testen, wie das, wie sich das so vergleicht, und sofort kam einer an, und fängt mit mir, mit mir zu labern an, und also, so, hey, wie geht's, und, hey, also, ich hatte kurze Hose an, und so, hey, coole Tattoos auf den Beinen, und so, und labert mich halt voll, und, ähm, ich denke mir halt, sag mal, wer, 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 wer macht das, wer ist der denn, wer, wer kommt, wer kommt, wer redet zu einem Fremden, mit einem Fremden an einer Bushaltestelle, ist der auf Drogen, oder was ist mit dem los, Also, und ich hab den, ich hab, ich war so richtig, so cool, so, yeah, whatever, und, äh, Tattoos, ja, ja, bla, bla, und dann, ich hab einen falschen Namen gegeben, gegeben, so, ja, wie heißt du denn, und wo, 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 ich komm aus hier, und bla, ich heiße Brian, und, okay, tschüss, see ya, Sonny, ja, und am nächsten Tag, war ich beim, bei meinem Kumpel, und wer kommt rein, aber Sonny, und so, hey, Brian, oh mein Gott, und ich hab mich halt so geschämt, so, Also, es liegt nicht an ihnen, ähm, es lag an mir, die sind einfach so höflich, und so chatty, alle wollen immer quatschen, und alle sind einfach so, hey, wie geht's, und alle wollen wissen, wirklich wissen, wie, wie dein Tag lief, so, alle sind interessiert, so, hast du eine coole Story, was ist dir was heute passiert, was, äh, you know, was erzählenswert ist, Und total, mit totalen Fremden, das ist cool, einerseits, also, mir gefällt das, diese Kultur, das ist total laid back, und relaxed, und man kann wirklich mit allem plaudern, so, im, im, im Supermarkt, und so, ähm, aber man, ich musste mich dran gewöhnen, also, das war nicht über Nacht, ich so, ah, was quatscht der mir so komisch von der Seite an, was, ah, lass mir, aber, ja, das ist also so Culture Shark, auf jeden Fall, also, jetzt muss ich überall Auto fahren, ich fahr Pickup Truck, Ich hatte zehn Jahre überhaupt kein Auto oder nichts, und jetzt hab ich Pickup Truck und so amerikanischen Cruisers, so ein Harley-ähnlichen Motorrad, einen Indian, und, also, ich nutze schon aus, die Sachen, die Amerika hat, also, ich will schon das American, ähm, Erlebnis auch ein bisschen erleben, und so, auch, wenn ich, also, ich hatte, ich dachte, ich würde in Prag in Rente gehen, und dort schließlich sterben, also, ich war in Prag total glücklich, also, ähm, ja. Ja, ich wollte gerade fragen, ob das Haus, was du da jetzt bewohnst, das letzte Haus ist, was du bewohnst, beziehungsweise das letzte, was du kommst. Ja, genau. Hier, hier, hier wohnen sieben Millionen Leute oder so, und, also, ich, und wenn ich sage, ich fahre Pickup Truck, also, hier passt kein Pickup Truck, das ist, wenn man in Manhattan oder so Pickup fahren würde, also, das ist Schwachsinn. Oh. Nee, ich will schon, ich will schon irgendwann von der Stadt raus, also, das schon, das schon. Okay. Und so, von der Arbeit her, du bist also ein Software-Mensch, du bist im, im PC oder im Computer-Business. Ich bin, genau, ich bin Technical Writer, so, technische Redaktion, glaube ich, wurde mir gesagt, so heißt das. Ähm, also, ich schreibe so die, die User, die Handbücher, die User Guides und Online Help und, aber eben für Software, also, ich sitze, also, in Silicon Valley, ich sitze um ein Entwickler, also, mitten in ein Entwicklungsteam, und ich bin halt der, der das Ganze dokumentiert, so, wie man was benutzt und was, wie alles funktioniert und so. Also, die Handbücher, die kaum jemand liest, weil jemand behauptet wird, das wird man sowieso nicht verstehen, was da drin steht. Genau, wenn sich jemand über meine Arbeit zu sehr aufregt, dann ist das ein schlechtes Argument, aber mein Argument ist, das liest doch sowieso keiner, also, komm, baust richtig, also, entwickel das Ding richtig und dann brauchst du auch keine Nutzerhandbuch, also, komm. Aber das ist natürlich für mich ein schlechtes Argument, aber, ja. Ja, immerhin gibt es ja den Spruch, äh, RTFM, read the fucking manual, also, ne, also, genauer kann man es eigentlich gar nicht sagen, treffender kann man es gar nicht sagen. Was hat dich denn überhaupt bewogen, ähm, mit den Podcasten anzufangen? Was, was hat, was war der Moment, wo du zum Mikrofon gegriffen hast und einfach mal irgendwas aufgenommen hast? Das ist, also, ich war, da kamen so ein paar Sachen zusammen. Ich glaube, wie, wie viele war ich erstens Podcast-Zuhörer, also, so, so, Hörer. Und, ähm, ich mochte, ich bin so von History of Rome, also, so, wirklich, so, ähm, ich bin total Geschichts-Nerd, so, total, in, in jeder Epoche, jedem Zeitalter. Ich will einfach wissen, ähm, ich will einfach Geschichten hören über Geschichte. Und, da, da fand ich erst mal so History of Rome und dann so Stuff You Missed in History Class und Dan Carlin's Hardcore History. Ich glaube, ich kenne sogar viele, viele Deutschsprachige, weil das ist sehr, sehr gut gemacht. Und, und gleichzeitig, ähm, war ich ein Ghost-Tour-Guide. Ich hatte meinen IT-Job oder damals war ich sogar in Aerospace. Ich war, ich habe Flugzeugteile verkauft oder irgend sowas, aber ich saß halt in meinem Büro, ähm, und, aber ich wohnte in der Innenstadt. Und ich war, ich kam einfach jeden Tag so müde nach Hause und ich wohnte in der Innenstadt. Ich hätte rausgehen können, also, in der Altstadt und, ähm, hätte die Stadt erkunden können. Und ich dachte mir, ich meine, warum bin ich denn in Prag? Warum zahle ich extra Miete, dass ich in der Innenstadt wohne, wenn ich es nicht wirklich genieße? Und irgendwann kam einfach ein Angebot so, hey, Ghost-Tour-Guide. Das wäre dann abends bis, bis so Mitternacht, so in der Richtung. Und in, in der Prager Altstadt, so Altstadt, ähm, Altstadtplatz und die Karlsbrücke und Prager Burg und das Ganze. Und ich habe, und es ist ein bisschen Theater. Also ich hatte so einen, haha, einen Topfhut, Top Hat, wie heißt das auf Deutsch? Einen Zylinder, einen Zylinderhut auf. Ah ja. So einen langen, schwarzen Mantel, einen, eine Laterne aus dem Ersten Weltkrieg. US Army, komischerweise, aber eine Laterne aus dem Ersten Weltkrieg. Haben die irgendwo in Prag gefunden? Kein, also, und, und halt, und da bin ich halt durch die Stadt. So, follow me, I'll tell you stories. Und dann habe ich auch diese Stories auf Deutsch übersetzt. Einfach so, die hat er irgendwann mal so gefragt, so, hey, ich würde dafür zahlen, wenn ich, und dann müsstest du die auch leiten, weil ich habe keinen, der sie, und dann habe ich die halt erstmal übersetzt und dann geübt und dann verbessert. Und, also, es gab halt keinen, der mir Feedback geben konnte. Und ich habe dann, bin dann vor, so, zum Beispiel eine Klasse von 30 Österreichern und habe dann mein Dings gemacht, was ich selber übersetzt habe. Also, so, so in der Underground, so unter dem Rathaus, unter dem Turm, wenn man sich in Prag auskennt, so in der Altstadt, im Altstadtplatz, wo diese astronomische Uhr ist. Ähm, da runter, da drunter bin ich, da sind so menschliche Knochen und das Ganze war so Folterkammer. Und, total, ähm, also, das ist eine andere Story, aber da habe ich eben Tours gegeben. Und, und, okay, ein paar Stories in Prag. Ähm, Prag war eine Alchemistenstadt, so im 16., 17. Jahrhundert. Und ich denke mir wahrscheinlich, was viele von euch gerade denken, was, was ist denn eigentlich über genau Alchemie? Und ich habe, also, als guter Tourguide, habe ich halt geforscht. Ich wollte halt die Fragen beantworten können, wenn jemand fragt, so, was haben die eigentlich geglaubt? Oder warum glauben Alchemisten, dass sie Blei in Gold wandeln könnten? Also, you know, was steckt da dahinter? Wo kommt diese Ideen her? Ähm, während ich halt latsche, also während wir auf diese Tour sind. Und ich, ich wollte, ich war halt auch neugierig und dachte mir, es wäre cool, wenn ich eine Antwort hätte. Und so fing eine schreckliche, jetzt schon wahrscheinlich zehn Jahre Hobby an von, ich lese, forsche, akademische, ähm, Alchemisten, Texte und, ähm, kenne jetzt mittlerweile Schriftsteller und Historiker und das Ganze, die mir helfen und das Ganze. Und das war, meine, ich habe zwei Podcasts gleichzeitig angefangen. Meine zwei großen Lieben waren Geschichte der Wissenschaft, das habe ich in Alchemie so gebunden. Und natürlich Prag, also Prag ist wunderschön. Ich kann wirklich nur schöne Dinge über Prag erzählen und das wortwörtlich zwölf Stunden lang, wenn man meine Tours zuhört. Und da haben wir Bohemican und History of Alchemy gemacht. Ich und, äh, Pete Coleman, ein Co-Host, wir haben halt zu zweit zwei Podcasts gemacht. Das war jetzt vier Jahre her. Und, ja, seitdem gibt's weitere halb Dutzend oder so Projekte und so weiter. Aber mit den beiden fängt's an. Die beiden laufen eigentlich noch. Also so ein paar Mal im Jahr gibt's neue History of Alchemy, gibt's neue Bohemican. Also wir können uns nicht, ich lese immer noch Alchemie-Bücher und ich schreibe mittlerweile Bücher über Alchemie, also Geschichte von Alchemie. Besonders in Prag. Und, also, ich kann's mir nicht verkneifen, immer noch diese Bücher zu lesen und über Prag zu sprechen, auch wenn ich in Silicon Valley bin. Und, ähm, ja, also, und seitdem eben History of Germany, History of Africa, also über Afrika, über, äh, Americana für euch, Secret Cabinet, äh, also ich übersetze das geheime Kabinett auf Deutsch. Und ich glaube, ich vergesse sogar ein paar. Ja, also, ähm, ja. Genau, ja. Ich kann's einfach nicht lassen. Ich liebe es, ich liebe Podcasting, ich liebe Geschichte, ja. Ja, warum bist du denn auf das Medium Podcast gekommen? Ich meine, du machst ja auch Videos und vorher hast du einfach direkt mit den Menschen gesprochen, ähm, weil du Podcast gehört hast. Und du hast es gehört und als gutes Medium kennengelernt, dass man eben diese Geschichten über die Geschichte auch eben erzählen kann. Es ist, es ist, und Podcasting, der Vorteil von Podcasting ist eben, ähm, es hat einen sehr niedrigen, äh, Barrier to Entry. Ähm, es braucht nicht viel. Ich glaube, am Anfang haben wir kein Fennec oder vielleicht 5 Dollar im Monat, ähm, verbraucht, dass wir angefangen haben. Wir haben einfach die Kopfhörer von der Arbeit genommen, die USB-Kopfhörer, die wir schon hatten, ähm, Garageband irgendwie hatten wir schon installiert und das einfach benutzt. Und dann einfach, okay, was, was, was kommt als nächstes? Ein bisschen gegoogelt und Hosting für 5 Dollar im Monat. Jetzt bekommen wir das sogar umsonst. Wir werden sogar bezahlt, dass man uns hosten lässt, also dass man uns hosten darf. Und, ähm, und so einfach angefangen. Dann haben unsere ersten Mikrofone, die wir gekauft haben, kosteten, glaube ich, 6 Dollar am Stück. Also wir haben dann nochmal 12 Dollar. Wir waren so tschechische Gehalte, also wir waren schon ziemlich pleite. Aber das hat uns nicht daran gehindert. Also wir sind einfach drauf los. Und, ähm, es fing tatsächlich mit, mit historyofalchemy.com an. Ich hab meine Sachen gelesen. Die Notizen für meine Tours wurden zu einer Webseite. Und von dieser Webseite fingen die ersten, ähm, History of Alchemy dann Podcast an. Also wir hatten schon das, wir hatten schon die, die Dinger irgendwie. Wir hatten schon die Informationen. Wir mussten das nur ein bisschen aufräumen, ein bisschen umschreiben. Und dann, dann konnten wir das so zu zweit, ging das dann sehr cool. Und dann einfach, also dann einfach weitere Themen über Prag und so. Ähm, das ist leicht. Bier und Essen und, ähm, aber, ja, Karl der Vierte und sehr cool. Und, 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 und so. Und wir hatten einfach das, wir hatten es einfach aufgeschrieben und so. Wir haben das Ding schon. Was machen wir draus? Dann kamen Podcasts. Aus Podcasts kamen Bücher. Ähm, also wenn wir schon, wenn wir, wenn ich schon ein Alchemie-Buch lesen, dann ist das ein, ein Source für ein Buch, das ich selber schreibe. Es ist ein Source für meine Podcasts. Es ist, es kommt, es kommt irgendwas auf die Webseite. Es, ähm, ich blogge nicht mal wirklich. Aber ich denke mir halt, ja, wenn ich schon, wenn ich mir schon Mühe gebe und irgendwas zu forschen, zu lesen, dann mache ich das meiste draus. Dann teile ich das mit der Welt, ähm, am liebsten umsonst. Also das ist einfach, ja, das, ich finde das, ich finde sowas cool. Ich glaube, ich habe das, ich, ich, ich teile das, ich habe das gemeinsam mit sehr vielen Podcaster, über, über den ich, also, die mir über den Weg gelaufen sind. Also, so dieses, ich will einfach, dieses Natürliche, ich bin, ich bin von Natur aus Lehrer, ich will, ich habe eine Story, ich habe eine coole Story gehört, ich will es einfach weitererzählen. Sowas. Ja, das würde ich ja so als das Amerikanische eigentlich bezeichnen. Würdest du mir da zustimmen, dass das eine Art, eine Eigenschaft der Amerikaner ist? Ist es. Ich habe was gehört, will ich weitererzählen? Und auch überhaupt dieses. Eher, eher als in Deutschland. Eher, eher als in Deutschland, genau. Vor allem, ihr habt keinen amerikanischen Zuhörer, oder? Also, Amerika hat so, was wirklich amerikanisch ist, ist einfach diese kindliche Begeisterung für etwas. Punkt. Also, einfach, ich komme von Urlaub zurück und, boah, habt ihr den Grand Canyon und es ist nicht angeben. Das ist keine Arroganz dahinter, keine, absolut kein Stolz oder sowas. Es ist einfach so, boah, ich war gerade im Grand Canyon oder ich war gerade in Paris. Wart ihr schon mal? Ja, ich war auch. Das war jetzt schon, ja, oh, warst du bei so und so? So, ja, wie, und wie cool war das denn? Oder, ähm, wie überteuert ist der Eiffelturm? Oder, also, keine Ahnung. Und, ähm, das ist einfach dieses, ähm, ja, also, einfach so dieses Vergleich von der Eich... Also, ich hatte, ich habe gerade meine letzte, vorletzte Folge war, also, meine letzte veröffentlichte Folge war meine Motorradfahrt. Ich bin gerade zwei, zwei, ich bin mein ganzes Leben lang 800 Kilometer oder so Motorrad gefahren. Und ich habe erst seit Dezember einen Motorradführerschein, also, das ist wirklich neu, so sechs Monate, sieben Monate. Aber ich habe dann eine Woche lang eine 2000 Kilometer Fahrt bis nach Portland, Oregon von hier und zurück gemacht. Und halt meine ganzen Kumpels, die an der Interstate 5, ähm, wohnen und so besucht, meine ganze Familie wohnen an der Interstate 5. Und einfach hin und zurück. Und ich konnte, ich habe mit Hippies in Nordkalifornien geplaudert, ich habe mit den Postboten geplaudert. Und es war einfach so, hey, mein Vater hatte den alten Scout und, und, oder, mein, oder ich fahre jahrelang Harley oder keine Ahnung. Und, ähm, alle wollen dir einfach erzählen, was die fahren, was die auf dem Motorrad gemacht haben. Und warst du schon in Death Valley? Und, ähm, ich wohnte auch mal in San Jose und, äh, äh, es fließt einfach so aus denen raus. Also, man, ähm, auf einer Uber, like, Taxifahrt oder so ist das halt, man redet immer, man sitzt immer vorne, man quatscht mit den Fahrern. Egal, wo er herkommt. Er kann Inder sein, er kann Kambodier sein. Das sind alles Amerikaner innerhalb von ein paar Jahren. Die quatschen mehr als du. Also, die quatschen mehr als ich. Das ist halt, hey, how was your day? What did you do? Was machst du eigentlich? Und, ah, du warst in Prag, erzähl mir davon. Das ist einfach, ähm, oh ja, also die, das ist, ich glaube, das ist einfach die Begeisterung für Dinge. Die Begeisterung für, was ist passiert und was ist dir passiert und, ähm, das ist einfach, ja, stimmt schon. Also, das ist schon irgendwie typisch amerikanisch auf jeden Fall. Ja, auch diese Entertainment-Fähigkeiten. Also, wenn man manchmal so, das ist natürlich, YouTube ist sicherlich ein ausgesuchter Kanal, aber wenn man da, ähm, oder auch die NASA beispielsweise, NASA holt sich einfach irgendwelche Labor-Mitarbeiter, stellt die vor die Kamera und sagt, mach mal und dann machen die, dann erzählen die einfach. Und die können, die haben das in sich. Ich, 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 ich frage mich immer, wo das herkommt, also, ob man das schon im Kindergarten trainiert oder ob das einfach eine Kultur ist, die so ist, wie du sie gerade beschrieben hast, wahrscheinlich. Okay. Ja. Einfach sehr, sehr schön. Ja? Eigentlich schon. Das ist irgendwie in der Schule auf jeden Fall. Ich versuche gerade zu überlegen, ist das jetzt, also, es ist schwer zu beschreiben. Also, ich glaube, jetzt nicht, nicht so vorurteilig zu sein oder, oder so ganz grobe Generalisierungen, aber, ähm, so in der Schule, das ist so ein bisschen, wie ich beschrieben habe, ob ich jetzt, ich habe die ganz, die gleichen Kumpels jetzt vor ein paar Wochen besucht, die ich mit, die ich schon mit 16, 14 Jahre kannte. Und wir reden genauso, so, hey, dude, die Juju, ich bin gerade vor, you know, hast du den und den gesehen? Und so, wow, what, deine Kinder sind schon 12 Jahre alt, was ist passiert? Aber wir reden noch wie diese 12-Jährigen, also, und, ähm, das ist halt so, man, die kommen, ich komme an und ich bin halt, ich bin ein bisschen, wie sagt man, ähm, ähm, fromm. Ich bin ein bisschen, also, ein bisschen schüchtern in der Hinsicht, dass ich, ich weiß, meine, alle meine Freunde hatten nie einen Pass. Sie haben nie, wahrscheinlich nicht mal Kanada gesehen, außer mit mir, einmal sind wir nach, sind wir nach Vancouver gefahren, wo man noch keinen Pass brauchte. Jetzt brauchen wir einen, danke, Dabir. Und, ähm, aber nach Mexiko nicht mal, zum Beispiel, und ich bin da vorsichtig. Also, ich weiß, und, aber, also, ich rede nicht gerne über Prag oder München oder, oder Berlin oder irgend sowas, aber die machen das. Die so, hey, erzähl mir von, was ist das Krasseste, was du in Tschechien, was ist, sind die Russen wirklich so, was ist, wie viele Russen kennst du? Und die wollen es halt von sich wissen und dann habe ich, dann habe ich ja natürlich meine Storys und dann erzähle ich das. In Deutschland, in der Schule war das vielleicht ein bisschen anders. Da war das vielleicht ein bisschen sowas wie, oh, der fährt jedes Jahr nach, ähm, keine Ahnung, der fährt jedes Jahr nach Spanien oder nach Marokko oder was weiß ich. Wer denkt da eigentlich, wer er ist oder, you know, so toll ist das nicht oder, das ist einfach, man, man nimmt an, der eine gibt an, irgendwie. Und in Amerika ist das nicht die Annahme, man, oh, du warst in der, du warst ein Marine, erzähl mir mal, was ist. Und man will einfach, ich weiß, also, das ist schwer zu beschreiben ein bisschen, aber so ein bisschen dieser andere, ähm, ähm, Zug gibt es schon ein bisschen, irgendwie, so kulturell, einfach. Ach, das klingt, als wäre da mehr Wohlwollen im Spiel, also Freude mehr, man freut sich mit dem anderen. Schau, das, das will ich nicht sagen, aber so will ich das nicht ausdrücken. Also, das ist natürlich, weil, weil ich, also, okay, hm, Deutschland ist eigentlich ein großes Ort. Deutschland ist ja keine einzige Kultur. In München kann ich, in München sind die ein bisschen ähnlich wie Prag oder so, dass man, ähm, vom, vom Kundendienst oder so sind die nicht so höflich. Man, man spricht auch nicht mit Fremden in der Bar oder so unbedingt, ähm, so wie ich das kenne. Aber, aber ich war total schockiert. Das erste Mal, wo ich in Hamburg und vor allem Berlin und Köln, alle drei, saß ich irgendwo in der Kneipe und, ich glaube, in Berlin war es ich, weil jemand irgendwie so, hey, you know, Entschuldigung, aber ich bin heute zum ersten Tag hier und wo kann ich so und so. Und der fing halt an, mit mir zu labern und der dachte, ich war Münchner. Also, ich habe erst nach zehn Minuten irgendwie erwähnt, dass, oh yeah, okay, ich heiße Travis, alright, yeah, okay, ich komme aus Oregon. Ähm, und, und die waren einfach total freundlich, total nett und so und ich dachte mir, hm, das ist komisch, dass die, also, schon ein bisschen, nichts gegen die, die, die tollen Oberbayer, aber ich war schon so ein bisschen schockiert, so, ah, die reden Deutsch, aber das, die sind so anders irgendwie, so, ähm, sehr gut, ja. Das kann, ja, also Bayern unter sich sind natürlich auch sehr freundlich und höflich, also, äh, das ist, deswegen sage ich ja, ich will keine Generalisierungen machen, das sind einfach, ähm, Beobachtungen, so, Observationen, so. Genau, ja, es ist natürlich schwer, ja. Also, das, wo ich dich kennengelernt habe, ist das Angebot Amerikaner für euch, wo du dich tatsächlich an die deutschsprachige Hörerschaft wendest, ähm, hast du da Deutschland speziell im Sinn oder denkst du das auch weiter, hast du noch andere Länder, wo deutschsprachige, äh, äh, Gruppen irgendwie sind, die du ansprechen willst, was hast du für Hörer? Also, ich hatte, äh, ich muss zugeben, dass Amerikaner mehr als alle anderen Projekte wirklich als Experiment anfangen und ich habe auch viele Dinge versucht, so Ideen, die ich mal hatte irgendwie, ähm, vom Format her und so, die ich sonst, ich hätte jetzt nie ein, ein gelungenes Projekt an neuem Format ausprobiert irgendwie, aber mit Amerikaner dachte ich mir, äh, es ist eigentlich egal, sehen wir doch, was passiert und die, die Leute, es ist gefällt, also, Geschichte der Deutschen, hat dreimal oder viermal so viele Zuhörer, also, sowas gefällt Leute anscheinend, aber ist es nicht komisch, dass ein Amerikaner euch über deutsche Geschichte erzählt, warum erzählt euch ein Amerikaner nicht über amerikanische Geschichte und, ähm, und vor allem, weil ich halt wirklich sehr, ich hab, ich bin, weil ich eben so lange ins Ausland gewohnt hab, sehe ich das mit anderen Augen, also, ich sehe Dinge, die, die Amerikaner nicht auffallen, vielleicht einfach, hey, die Straßenschilder sind grün, wie komisch ist das denn, you know, like, solche, 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 die Nummernschilder sind kleiner, solche kleine Sachen und, ähm, ich dachte mir, okay, probieren wir es einfach mal, deswegen dieser komische Format, deswegen, ja, viele Sachen sind komisch eigentlich und, ähm, aber jetzt muss ich sagen, ja, ich dachte mir erst, wer hört sowas? Ich meine, sind nicht, ist, ähm, Amerika, amerikanische Kultur, Amerikaner ist doch nicht eigentlich in, zur Zeit, also, als ich angefangen hab, war ja noch Obama Präsident, aber, da musste ich halt wirklich denken, so, wer hört sowas und warum, da musste ich, und wie erzähle ich eigentlich über amerikanische Geschichte und, ähm, weil Amerika ist nicht nur toll, Amerika ist nicht nur Helden und super und yay, ähm, sondern hat schon eine sehr große dunkle Seite und, ja, das ist einfach, ähm, es war ein Experiment. Jetzt denke ich, jetzt, wenn ich auf meine Zuhörerzahlen gucke, es sind tatsächlich viel mehr Deutsche als irgendwie Österreicher oder Schweizer, aber, ähm, das war nicht die Absicht. Ich denke mir, ich kann, also einfach so im Unterbewusstsein, ich beziehe alles, was ich sehe mit meiner, mit meiner, äh, bayerischen Kindheit, also mit meiner bayerischen, äh, Jugend und, und upbringing, also so, ähm, und, und so aus der Sicht. Und wahrscheinlich, wenn das Deutsche hören, denken sie sich, oh ja, okay, was, also, so wie er das sieht, das verstehe ich auch. Ich denke, da sind mit Schweizer und Österreicher auch kein großer Unterschied, aber so richtig geplant, so, hm, wer ist mein Markt und welche Segmente, nach wen gehe ich nach, das, also, den Gedanke hatte ich eigentlich noch nicht so, nicht so richtig. Das war einfach so, äh, mal sehen, was passiert und jeden Lob und jede, jedes iTunes-Bewertung war einfach so, oh Gott, jemand hört zu. Das ist einfach, also, das war einfach jedes Mal eine Überraschung, so, so, oh, wer seid ihr, was macht, warum hört ihr mich und so. Also, äh, ja, nee, das ist, ja, cool. Aber wenn es ein Experiment ist, was sich entwickelt, dann ist es ja vielleicht auch ganz interessant, mal wieder an den Anfang zurückzuschauen und mal zu gucken, was ursprünglich die Idee war und dann kannst du vielleicht erzählen, was von dieser ursprünglichen Idee übrig geblieben ist, beziehungsweise was sich geändert hat. Ich würde jetzt einfach gerne mal die Einleitung von Amerikaner für euch, die du damals gesprochen hast, wo du das in sehr kompakter Form darstellst, was es sein soll, das sind insgesamt, glaube ich, so sieben oder acht Minuten, glaube ich, und bitte dich in dem Moment, wo es nicht mehr stimmt, wo es nicht mehr stimmt, einfach zu sagen, halt, 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 da ist alles ganz anders geworden. Aber hören wir doch einfach mal rein und für alle Freunde der Baumwollsockenphilosophie, das ist auch ein Podcast aus Hamburg, der ist es nicht, auch wenn es gleich anfängt. Drei Amerikaner machen einen deutschen Podcast. Nein, meine Damen und Herren, das ist tatsächlich so. Bis jetzt besteht das Amerikaner für euch Team, also Affe für kurz, hat sich so ergeben, von drei Podcaster. Und ein Podcast ist nur so gut wie ihre Podcaster, also stelle ich uns lieber gleich vor. Als Amerikaner Berater für Sport, also Baseball, Football, Basketball und so weiter, wie auch generell Geschichte, haben wir Pete Coleman. Pete stammt aus Washington, D.C., auch West Virginia und Atlanta, Georgia, ist aber in Hawaii geboren, wir zählen ihn trotzdem zu den Südstaatler. Das ist gut, dass wir so einen haben, sonst wäre das hier einfach der Yankee-Podcast und mein Hass über die Südstaaten würden sich wie der Zorn Gottes... Oh, oh, hey, hello there. Pete und ich machen jetzt seit Jahren zwei weitere Podcasts auf Englisch, nämlich The History of Alchemy-Podcast über die Geschichte der Kultwissenschaft und eben Alchemie und die Bohemican-Podcast über die Geschichte von Tschechien, die ist auch nur auf Englisch. Aber Pete wohnt zurzeit in Prag und ich selber wohnte ein Jahrzehnt in Prag. Außerdem gibt es für Bohemican einen YouTube-Channel, wo ihr Prag selber erleben könnt. Wir geben uns bei den Videos echt Mühe und ich habe sogar ein paar auf Deutsch für euch gedreht. Einen über das Winchester House in Santa Clara, Kalifornien und eins über das Super Bowl, das gerade vor ein paar Wochen in Santa Clara stattfand. Ich bin Travis Dow und ich komme auf mich nochmal zurück, aber nicht, dass ihr jetzt verwirrt werdet, falls ihr mich schon kennt. Denn unser zweiter Berater, diesmal für alles, was Musik, Autos, aber auch Filme, so wie ein Silicon Valley Veteran und Techie ist, mein eigener Bruder, Justin Dow, eigentlich eher als Jabba bekannt von seinen Kollegen und Familie. Und Justin arbeitet, seitdem er zum ersten Mal mit 14 Jahren seinen ersten Pickup gekauft hat an Autos. Er wohnte, wie ich selbst, zehn Jahre in Deutschland und wir waren dort auf deutschen Schulen. Ich glaube, das warst du mehr oder weniger. Okay, dann hören wir jetzt auch. Ja, okay. Ich wollte warten, bis ich meinen Bruder vorstelle und ich wollte überlegen, was ich da gesagt habe. Aber genau. Puh, also das ist, ah. Es ist interessant. Also die anderen habe ich ja vor allen Dingen noch nie gehört in deinem anderen Rekord. Nee, genau. Das ist das, was mich immer gewundert hat. Mein Bruder war... Wo ist der Ostfriese? Piet? Nee, der spricht kein Wort Deutsch. Ich weiß, aber du sagst, er ist Ostfriese. Er sollte einmal, also ich mache in Oktober eine Live-Show in Nürnberg und ich überrede ihn, dass er dabei ist. Also das ist mein bester Kumpel, der wohnt noch in Prag. Er plant jetzt ein neues Projekt. Also er sitzt im Rollstuhl, seitdem er elf Jahre alt ist. Und er hat wahrscheinlich mehr von der Welt gesehen als ich. Er war in der US Paralympic, also Fencing, so Schwertfechten-Team. Und der Typ ist halt wirklich irre und total gut drauf und so. Und deswegen will ich auf jeden Fall, ich will ihn mal so richtig so, das hier ist Piet. Piet ist Südstaatler, Piet hasst Hillary Trump, Piet ist Republican. Ich denke nicht, dass Piet für Trump gewählt hat, weil ich glaube, ich denke nicht, dass Piet gewählt hat. Sonst hätte er, glaube ich, für Trump gewählt. Also das ist, er ist, ja, er ist Piet. Und die Sache ist so, ich bin halt schon sehr, weiß nicht, also liberal. Also ich bin, ich habe für Bernie Sanders und dann für Hillary gewählt. Das kann ich sagen. Ich bin kein, ich bin nicht mal Patriot. Patriot für was denn? Für Deutschland, Tschechien, also für was denn? Also das ist bei mir halt, das ergibt keinen Sinn. Und deswegen, damit ich auch wirklich Amerikaner übermittel, wie es Amerikaner, also Amerikaner meine ich jetzt das lateinische Adjektiv. Also Amerikaner, so Amerikaner. Ja, so das, ja, so was, was ist amerikanische Kultur? Wir sagen Amerikaner, was, what is Amerikaner? Und, und wirklich, Piet ist da besser als ich. Er ist totaler Baseball-Fan, passt bei Football, also American Football auf. Und, ähm, ja, war also, war bei dem Olympics-Team, also Paralympics-Team. Und hat schon die ganze Welt als, als Ami gesehen, hatte wirklich so ein Atlanta, wohnte in West Virginia. Das ist das Rednexte vom Rednexten. Und, also, das ist einfach, also, das ist so das ganze Gleichgewicht, weil sonst würde ich einfach daherkommen und lästern. Und jede Folge tatsächlich, ich, so, hey, Piet, wir reden mindestens einmal die Woche. Und ich sage, oh, hey, nächste Woche ist, ähm, also ich habe gerade Silicon Valley aufgenommen, irgendwas zu sagen. Nein, Großstadt, bäh. Nächste Woche ist Grand Canyon. Oh, yeah, okay, ihr guckt diesen Dokumentarfilm, ihr erwähnt das und das und das. Und das ist wirklich cool. Mein Bruder kennt sich wirklich gut mit Autos aus. Ist Hobby-Mechaniker und ist schon länger als ich. Techie ist besserer Techie als ich und, ähm, gibt das Ganze noch Perspektive. Beide kennen sich besser in Musik aus. Und ja, also, und Justin war einmal dabei als Waffenbesitzer. Wir wollten über Gun Control, also Waffenbesitzkontrolle und, und das Ganze reden und, ähm, jagen und das Ganze sowieso. Und da war er einmal, das war, glaube ich, die 50. Folge. Also, er kann auch Deutsch, mein Bruder kann Deutsch und wir haben auf Deutsch geredet. Und, ähm, ja, also, okay. Die originale Frage war, wenn man das jetzt hört, was hat sich geändert? Ja. Und das ist interessant einerseits, weil wenn ich das jetzt erstmal anhöre, höre ich zwei Dinge sofort. Das ist einerseits eine Post-History-of-Germany-Geschichte der Deutschen Einleitung. Okay. Darauf komme ich zurück. Und zweitens, ähm, das ist ein Pre-Trump oder während Obama noch da war Einleitung. So, was heißen die, was heißen diese Dinge? Ähm, sobald ich History of Germany gemacht habe, ich war naiv. Also, ganz einfach, ich war naiv. Ähm, Amerikaner, ähm, also die Reaktion für History of Germany war enorm. Und ich bin in bestimmte Foren, ich bin vernetzt, ich hab so bestimmte Communities, die sich einfach gedacht haben, Travis Dow macht History of Germany? Oh mein Gott, das wird das, ich meine, der spricht sogar, das wird einfach das Beste überhaupt. Ich kann's nicht abwarten und super. Okay. Gut. Das freut mich. Und dieser Fan gab's. Also die, die mich irgendwie kannten und so. Andererseits hat sich eine ganz andere Gruppe gefreut, dass es einen History of Germany Podcast gibt. Und das waren so, you know, like Neonazis praktisch. Also so Rechtsradikale, so like Trumpers and Rednecks und Skinheads und das Ganze. Und ich wurde halt in lauter Sachen bei Twitter und Facebook getaggt. Und also ich musste erstmal, ich musste täglich Leute blocken und hier und das. Und meine siebte Folge schon handelte über die Geschichte von Antisemitismus in Deutschland. Weil ich dachte, okay, ich muss ganz stark einen Stand machen und hier ganz eindeutig definieren, wer ich bin, für was ich stehe, was diese Show ist und was diese Show auf keinen Fall ist. Wenn ihr hier für den Zweiten Weltkrieg da seid, das kommt dran, aber erst in einem Jahrzehnt oder so. Also ich bin erst bei den Ottos oder so im zwölften Jahrhundert, also das kommt noch. Und ich habe es auch nicht eilig, also nee, nee, nee. Es gibt einen World War II Podcast, vielen Spaß damit. Das interessiert mich viel, viel weniger als Karl der Große oder ja, also Otto der Große, sowas. Und genau, also das habe ich gelernt. Das heißt, wenn ich sage, das ist ein Post-History of Germany-Dings, dann habe ich schon, ich musste sogar bei Geschichte der Deutschen die englische Version auf jeden Fall oder beide Versionen. Ich habe die erste Folge neu aufgenommen mit einem stärkeren Statement, so Anti-Nazi und Anti-das-Ganze. Musste ich wirklich einfach ausführlich deutlich betonen, so fuck those guys. Sorry, Entschuldigung bin ich. Aber sowas, ich habe keinen, also ich will die Hörer nicht, ich habe keine Toleranz für diese Hörer, ich brauche diese Hörer nicht. Bei Patreon werde ich sie ablehnen, wenn es offensichtlich ist und so. Und das Ganze. Und dann habe ich Americana gemacht und es war mir sofort klar, dass es eine große, gute Wahrscheinlichkeit gibt, dass, es gibt keinen anderen Weg, es auszudrücken, aber dass die falschen Deutschen einschalten. Okay, ich bin kein Patriot, ich bin kein Nationalist, ich finde Mexiko und Kanada genauso toll wie, wenn nicht besser als die USA und deswegen, also und deswegen von Anfang an erstmal das und doch sehe ich, das war ein bisschen naiv, denn sobald Trump kam, kamen auch die falschen Deutschen irgendwie so, hey, es gibt einen Americana-Podcast, der Gutes über Amerika sagt und, okay. Und meine, die Folgen werden ein bisschen immer politischer, ich sage immer mehr Sachen, die einfach Rechtsextreme einfach wütend machen würden, also einfach klare Aussagen, was ich von Immigranten und Flüchtlingen halte, so ganz eindeutig. Ich bin ein lass sie alle rein Mensch. Und, ja, also das kann ich erkennen, wenn ich das einfach höre, ist es so, okay, aber das war jetzt nicht, hm, interessant, wenn das jetzt die 30. Folge wäre, dann wäre das auf jeden Fall eine viel stärkere Aussage und wenn ich was über Südstaaten sage, dann, ja, okay, aber ich habe dazu gelernt, ich war ein bisschen naiv am Anfang und das Ganze und, ja, jetzt glaube ich, hören die richtigen Leute, ich habe das richtige Message, glaube ich, also die Falschen werden beleidigt und gehen weg. Okay. Super. Wie produzierst du denn eigentlich deine Episoden? Ich habe das Gefühl, das ist immer so ein bisschen zweigeteilt, die Ansprache zu Beginn, die Erzählung, die ist geskriptet, die hast du da irgendwo aufgeschrieben und manchmal machst du dann noch so lockeres Geplauder hinterher, das scheint mir dann einfach so aus dem Stand und aus dem Stehgreif zu kommen. Stimmt das? Das kommt drauf an. Ja, also es gibt da keine feste Formel, immer noch nicht, nach 75 Folgen eigentlich. Es ist, also die Americana für euch ist auf jeden Fall mehr geskriptet als alle meine anderen Projekte. Vielleicht, also bei Afrika habe ich einfach gesagt, das mache ich richtig, ich skripte, also ich lese das einfach vor, aber richtig gut, so in der Richtung. Aber hier, nee, also das ist ein bisschen so Schauspielerei und so, da muss ich schon ein bisschen aufpassen, wie ich das ausdrücke und ich will das genau machen. Trotzdem kommen leichtsind Fehler rein, auch wenn ich es richtig geschrieben habe, aber genau, es ist eher geskriptet als Geschichte der Deutschen. Selbst die fließenden Kommentare sind oft Wort für Wort geskriptet. Selbst die Äh, Pause und, also selbst so, also einfach, das ist natürlicher, weil Deutsch, vor allem, also nur im Deutschen natürlich, aber Deutsch ist nicht meine Muttersprache und ich denke mir, okay, wenn ich jetzt, ja, also wie würde ich das, ja, also dann füge ich so, okay, halt, Pause und betone das hier richtig und das ist alles drin. Aber manchmal ist es einfach, okay, ich schreibe einfach was auf und dann fällt, ich weiß, es fällt mir die Story dazu ein, es ist eine Story, die ich schon irgendwie erzählt habe oder die ich einfach sehr gut in Englisch kenne und dann erzähle ich die einfach auf Deutsch und da sind, dann sind die meisten Fehler drin, dann hört man das auch irgendwie so, oh, das hat der ja nicht aufgeschrieben, irgend sowas oder da fällt mir einfach irgendwas ein. Wenn das Ganze passiert, also es ist gescriptet, aber wie, wie sehr ich mich dran halte, das, das ändert sich von Folge zu Folge und ja. Ja, manchmal habe ich so den Eindruck, da ist so eine gewisse ironische Distanz, also du hast was aufgeschrieben, du liest es vor, aber man hat das Gefühl, so ganz ein bisschen versuchst du dich dann doch davon irgendwie fernzuhalten und ich verstehe da manchmal so ein bisschen und verstehe nicht so ganz, was jetzt eigentlich die Botschaft ist. Kann sein. Mir ist aufgefallen bei The Talk beispielsweise, wo du in die Rolle des farbigen Vaters, der seinem farbigen Sohn erklärt, wenn die Polizei dich anhält, egal was du getan hast, nimm die Hände hoch und geh total in die Verteidigungshaltung, nicht Verteidigung, wie nennt man das denn? Ja, aber so defensive, ja, ja. Also er gibt dich, er gibt dich, egal was. Yes, officer, yes, officer, no officer, yes, genau. Nur um nicht erschossen zu werden und das ist, also mir läuft jetzt gerade schon wieder kalt den Rücken runter. Ja, die Folge war echt heftig. Das ist so furchtbar, also die Vorstellung allein ist so furchtbar und du hast das mit einer gewissen, so einer Portion Fröhlichkeit irgendwie und das habe ich gedacht, macht er das jetzt absichtlich, um nochmal einen Bauch zu legen sozusagen, um das besonders krass darzustellen? Kannst du dich noch erinnern, wie du da... Das ist, vielleicht kam das rüber, weil ich tatsächlich sehr das emotionell irgendwie vorge... Also ich selber hatte einfach, also ich habe mich nicht drüber lustig gemacht, im Gegensatz... Nee, nee, das war ich auch nicht. Weißt du, wie man so eine Grimasse zieht, weil es einfach so schrecklich ist, was man gerade sagt? Ja. Weil, also als ich so über Antisemitismus geredet habe, war es erstmal so, forschen war schwierig und dann das Aufschreiben war schwierig und dann das Aufnehmen war schwierig und das Schneiden war schwierig und es wurde nie leichter und ich dachte mir, boah, wie ist das, wenn man sich das anhört? Also merkt man, dass ich hier, dass ich mir, also dass ich dafür blute oder... Und ich glaube, das war einfach so ein Beispiel und manchmal denke ich mir, es könnte irgendein Troll daher... Also ich habe ja die Folge über Trump Rally, also ich habe eine Trump Rally übersetzt und du, der Zuhörer, der Protagonist... Ich habe, für die, die Amerikaner nicht kennen, der Format ist es in der zweiten Person, Einzahl. Also der Protagonist bist du, der Zuhörer. Alles passiert dir. Und in diesem Fall warst du ein Trump Supporter, der zu einer Trump Rally gingst. Du hattest die Make America Great Cappy drauf, diese roten Schwachsinn und du hattest Schadenfreude, wenn die um dich rum, die Bernie Supporters oder keine Ahnung, die Protestanten, whatever, wenn die einfach zusammengeschlagen wurden oder sowas, dann hattest du eine Schadenfreude. Und das kam nicht von mir, ich habe das geforscht. Der Typ, der die Bombe an Hiroshima fallen gelassen hat, hat sich darüber gefreut, also hatte keine Schuldgefühle. Ich habe ein Interview von ihm gelesen, wo er, glaube ich, 80 Jahre alt war und er hatte keine Schuld, absolut nicht. Er dachte, er würde den Dritten fallen lassen. Und er dachte, es wäre eins von Hunderten und wir würden dann eine auf Moskau fallen lassen und so weiter. Und er hatte einfach... Und diese Worte kamen aus meinem Mund. Und ohne jetzt nochmal... Ich dachte mir, okay, jetzt... Okay, es hat einen viel größeren Eindruck, wenn ich das nicht groß vorher erkläre. Wenn ich einfach... Wenn Leute einfach überlegen, oh mein Gott, was höre ich? Ist das überhaupt... Genau. Wer ist das? Und nach einer Weile dachte ich mir, wenn man ein paar Folgen hört, aus Schock meinetwegen, aber wenn man ein paar Folgen hört, denkt man sich, okay, ich weiß jetzt, was Travis macht, ich verstehe das und ich weiß auch... Dann muss ich immer ein bisschen erklären, so, wer bin ich denn und was ist mein Hintergrund? Und dann... Es hat sich auch ergeben, dass ich nach jeder Folge das erklärt habe. Am Anfang war es bloß, ja, du bist Colonel Tibbetts und du hast die erste Atombombe im Krieg fallen gelassen und du fandest das Ganze spitze. Und tschüss, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören und have a nice day. Und da gab es keine... Und dann kam auch von anderen Podcasters so, hm, wie hat er das jetzt gemeint? Und dann so, hey, wow, wow, wow. Also ich bin sowas von Pazifist. Pazifist, ja, ich bin sowas von Pazifist. Ich finde, also wow, also ich bin total Deutscher in so vielen Hinsichten, was so politischen Hinsichten, so Sozialdemokrat meinetwegen, so richtig so central, whatever, aber ziemlich weit links. Und, you know, also nein, 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 ich bin kein Trump-Supporter. Du bist, also du bist der hypothetical Trump-Supporter und deswegen freust du dich, wenn dieser, you know, also... Und ich glaube, die meisten checken das. Hier und da haben es Leute nicht gecheckt und ja, ich hätte es ein bisschen ausführlicher sagen sollen, The Talk war eines von den wirklich schwierigen. Ich habe da einen Artikel gelesen und ich war, also wenn nicht in Tränen, war ich halt, also ich saß halt da und war halt wirklich gerührt, so was ich da gelesen habe. Und das war eben so, also was ich dann erklärt habe, so alle ist, also diese schwarze Frau, die diesen Artikel geschrieben hat, hat dann mehrere gefragt und stellt sich fest so, oh ja, alle bekommen es mit. Ob von der Mutter oder vom Vater oder, you know, auch teilweise die Töchter, aber insbesondere Söhne bekommen diesen bestimmten mit. Töchter werden, also Frauen, Mädchen werden nicht so oft von der Polizei erschossen. Also Männer, es ist sofort, wow, keine Kapuzenpullover und Hände aus der Tasche und nicht alleine und ja, ja, also und das ist einfach, das war schwer zu lesen, genauso schwer es aufnehmen war und wahrscheinlich habe ich nicht gelächelt, wahrscheinlich habe ich eine Kremasse gezogen, so. Ja. You know, like, zieh keine Hoodies an und das hört sich halt an, als würde ich grinsen oder sowas, aber, oh nein, nein, das war, ja, das ist also heftig zu forschen, ja, eine krasse Folge. Ja, wirklich schön. Aber warum, warum hast du diese Du-Form gewählt? Was, 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 was versprichst du dir davon, von dieser, von diesem Stil? Wie wäre es, wenn man, also wie sehe ich das Ganze? Wie, weil ich habe ja, ich bin, ich bin jeden Sommer zu meinen Großeltern in Nord-Idaho. Nord-Idaho ist super Trump-Country, da sind geliftete Pickup-Trucks, alles 4x4 oder, oder SUVs und da gab es, das ist der Haupt, gab es früher den Hauptsitz der Aryan Nations, das sind, ähm, also mit, also es ist Neonazis, das sind Neonazis und, ähm, da, 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 das ist der Geburtsort von meiner Mutter und da sieht man keine Schwarze oder Mexikaner und ich dachte mir, ähm, ich habe diese Erfahrung als Kind, ich bin jeden Sommer hin, meine Cousinen wohnen noch dort und so und, ähm, das kenne ich einerseits, andererseits von, wo mein Vater herkommt, in Kalifornien und Bay Area und als Kind in San Francisco und ich habe mich in San Francisco verknallt und, und, und einfach, und wie, warum ist Oregon so anders als so verschiedene, viele andere Bundesländer? und, ähm, die Sache ist die, wenn ich, wenn ich Oregon sage, was, was heißt das für euch? Das ist einfach ein Bundesland wie Arkansas oder Missouri oder wie New Jersey und die Sache ist, ich war noch nie in New Jersey, das ist so weit weg, von wo ich herkomme, das ist ein fremdes Land für mich und Missouri und Arkansas sind, das ist Prairie und, äh, Oregon hat Wüste und Gebär, das ist einfach, ähm, das ist einfach, wenn man sagt, oh, Italien ist doch genau das Gleiche wie Schweden, oder? Also, das ist doch, das ist doch, beides Europa irgendwie und ich dachte mir, wie kann ich übermitteln? Wie, wie seht ihr das, als wärt ihr jeden Sommer, ähm, bei euren Großeltern in Nord-Idaho? Als wäre, als säst du, sästest du einmal in einem Café neben Archer Butler mit einem Hakenkreuz am, ähm, 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 wie sagt man, Gürtel, Dings, Beltbuckle und, ähm, you know, wie, 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 wie wäre es, wenn ihr diese Person seid, mit dieser Erfahrung und wie würdet ihr das denken? Und ich wollte wirklich die, selbst die Gedanken euch im Kopf stecken, so, das denkst du dir, das empfindest du. Nicht irgendwie, was du als normaler Deutsche denken würdest, sondern nein, als Trump-Supporter freust du dich, wenn das passiert und das ist Tatsache und das ist so und, ähm, das kann ich jetzt nicht verschönern, da muss ich erst die Musik spielen und dann kann ich das erklären, aber erst mal, bist du Rassist? Und, und, ja, also, und, und, ähm, ich finde, das hat einfach einen viel stärkeren Impact. Manche haben gesagt, es ist bedingungsdürftig, aber ich glaube, dann ist das auch was Eigenes und eben, ähm, ja, dann ist es halt, ja, eben nicht so durchschnittlich. Hat was, hat was Eigenes. Ist ein bisschen interessant, so was Neues zu hören, so. Ja, für mich ist das so ein bisschen wie so eine Regieanweisung. Jemand steht vor mir im Theater und sagt, du übernimmst jetzt die Rolle oder ein Rollenspiel beispielsweise. Ich muss eine Rolle annehmen, die nicht die meine ist und ich merke manchmal, dass es mir richtig schwer fällt. Also, dass ich sage, nein, lass mich in Ruhe, ich will einfach nur zuhören. Ich will jetzt nicht, du zwingst mich in eine Aktivität hinein. Ich will diese Bombe nicht fallen lassen. Genau. Genau, ja. Ich hatte nie Angst vor der Polizei. Warum erzählst du mir das? Ich hatte nie Angst, dass ich kaputte Pullis tragen sollte. Oder ich hatte nie Angst, dass wenn ich zu viele Weiße in einem Zimmer sind, dass ich mich verdrücken soll. So, was? Und ja, genau das ist eben die Idee. Ich glaube, auch wenn es schwer zu hören ist, dann hoffentlich weiß man auch, dass es schwer zu schreiben und aufzunehmen war. Also, das ist dann genauso. Allein die Vorstellung, dass Eltern ihren Kindern sagen müssen, verhalte dich so und so, um nicht erschossen zu werden. Also, nicht nur um anständig zu sein oder so, sondern wirklich ums Überleben. Ja. Das ist so unglaublich. Also, da fehlen mir wirklich komplett die Zugänge dafür. Ja. Da wurde ich, da kommt mir der Gedanke, ich wurde da einmal so richtig deprimiert, als ich, ich war in Afrika, ich war in Tanzania oder sowas. Das war auch mal in der deutschen Kolonie. Haha. Nee, aber ich war in Tanzania. Also, auf der Serengeti. Wir haben so Fahrt gemacht und Bilder geknipst und so. Und da kam jemand, also, wir wurden erst mal täglich gewarnt. So, geht nachts nicht draußen. Die Leoparden sind in den Bäumen und sie springen gerne runter. Also, und geht nicht nach draußen. Wenn ihr aus irgendeinem Grund nach draußen gehen müsst, dann schreit einfach so, hey, und es kommt euch ein Maasai holen. Also, Maasai, ein Stamm aus Kenia und Afrika, haben bei uns die Sicherheit gemacht. So, mit ihren Stöcken und so. Und, und wir wurden jedes, jeden Abend gewarnt. So, passt, macht das nicht. Okay, wir sind in der Serengeti. Wenn ihr, wenn das Gras lang ist, also erst mal gegen Fliegen, diese Zizi-Flies und das Ganze, Zäh, Zäh, keine Ahnung. und, und passt wegen Schlangen. Also, wenn ihr zur Toilette müsst, in der Serengeti, wo geht ihr dann hin? Man kann ja nicht einfach ins Gras oder ins Gebüsch. Das wäre das Schrecklichste. Da sind die Schlangen, Löwen, Skorpione, was weiß ich. Und, deswegen muss man direkt vor oder direkt hinter diesen Toyota Land Rover pinkeln oder Nummer 2 machen. Auch, wenn ein Auto hinter dir ist. Und ich dachte mir, wow, das ist echt, man darf hier nichts wirklich zu Dummes tun. und man muss wirklich aufpassen. Und ich bekam auch die, die Rede, oder ich hab's gelesen, aber, ähm, sowas wie, wenn du in Nairobi bist, geh nicht alleine nach draußen. Geh als Weißer, geh einfach zu keinen Nachtclubs, Vergiss das Nightlife in Nairobi, du wirst es nicht sehen. Und, ähm, und einfach solche Sachen. Ich dachte mir, wow, also hier darf man, ich darf nicht naiv einfach, ich bin durch die Ukraine, ich bin, ich hab so viele dumme Sachen gemacht als, ähm, naiver Amerikaner. Ich wusste nicht, ich war in Ländern, die ich gar nicht wusste, die existieren, bevor ich über die Grenze kam, ohne Visum und, ja, solches Zeug. Also ich hab schon dumme Sachen gemacht, aber in Afrika dachte ich mir, nee, pass auf, ähm, lies lieber was, wie man sich behalten soll und was man tun soll. und dann irgendwann kam mir ein Gedanke, weil wir waren in einem Dorf und er erzählt mir, ja, die Kinder gehen zur Schule und frühmorgens sind ja die Leoparden und alles mögliche am aktivsten, die Löwen und deswegen bringen wir bei, wie die Schüler, diese fünfjährigen, sechsjährigen, sich mit Stöcken gegen einen Leoparden wehren oder was die hier und das machen. Und ich dachte mir, wow, wie, wie ist das denn? dass es im 21. Jahrhundert es noch, dass man Kinder noch sowas beibringen muss, sowas wie, hey, pass auf, der Schule auf, wenn du irgendwie in die Luft guckst, kommst du um. Und dann dachte ich mir, aber Moment mal, dann fiel mir diese Folge ein, dieser Tag und ich dachte mir, halt, in das Land, wo ich herkomme, diese gleichen Menschen, die kamen jetzt aus Westafrika, nicht aus Ostafrika, aber diese gleiche Rasse, bekommen noch eine ähnliche Rede. Jetzt nicht über Leoparden in den Bäumen, aber über Polizisten und zu viele Weiße auf einmal und nicht zu viele von einer Farbe auf einmal und einfach irres Zeug, aber die Rede ist noch da. Und diese Realization, diese, dass ich das wahrgenommen habe, war einfach so, oh, oh my God. Puh, ich wohne nicht in das beste Land der Welt, wenn Leoparden hier in Bäumen hängen, sozusagen. Ja. Ja, genau. Und das ist eben Amerikaner, das Gute wie das Schlechte. Ich liebe Harley-Davidson, aber Polizeigewalt ist eine echte Gefahr. Ich möchte gleich noch über deine lange Motorradfahrt sprechen, aber vorher noch eine Frage, wie kommst du zu deinen Themen? Was, was, was nimmst du als Thema auf? Wo kommen die Ideen dafür her? Mehr, mehr als bei allen anderen Projekten sind viele eigentlich Hörerwünsche und viele von den besten Ideen kamen von Hörern. Viele waren einfach, ich hatte schon gleich am Anfang an, ich hatte diese Idee, weil ich, ich habe mit sneakpod.de bei Weichzugast und ich habe für denen einen Superbowl-Dings gemacht und ich, okay, ich gucke mir die Superbowl an. Cool. Aber ich wohne in Santa Clara. Vom neunten Stock von meinem Büro konnte ich die Levi's Stadium sehen und ich dachte mir, okay, hey, das ist eine coole Story, aber mehr nicht. Aber ich dachte mir, oh, Moment mal, das ist eigentlich ein sehr cooles, eine sehr coole Story für Deutsche. Zehnmal cooler als, hey, ich wohne neben dem Levi's Stadium für meine Kumpels in Oregon, die so, yeah, whatever, ich gucke keinen Football. Aber dann habe ich dieses Video für Sneakpod gemacht und dachte mir, eigentlich, das ist eine, was mich nicht persönlich so interessiert, auf jeden Fall, ähm, ich glaube, ja, dann kamen plötzlich dutzende Ideen und als ich sie aufschrieb, waren es dann zwei, dreihundert. So wirklich so, oh, und was ist, einfach solche kleine Dinge, die ich mitbekomme, die ihr vielleicht nicht gehört habt oder einfach, so Wasserbetten waren bei uns wirklich wichtig. 25 Prozent von allen amerikanischen Haushalten hatten in den spät 80er, frühen 90er Wasserbetten und Deutsche so, was ist ein Wasserbett? Ja, ja, und das ist halt hier, Americana gibt's nicht mehr, geht nicht mehr und einfach solche, so ganz komische von links, ich würde die Straße runterlaufen und so, oh yeah, und Motorräder Harley Davidson kam von einem Zuhörer, von jemand bei Twitter und, ähm, Mr. at Mr. unterstrich mir, glaube ich, und, ähm, genau, und einfach, und dann, dann, jetzt habe ich immer noch hunderte Folgen aufgeschrieben, aber ich will gar nicht mal so viele Folgen für dieses Projekt machen, aber, ähm, also daran mangelt's nicht, dann war es einfach so, okay, was, also ich, bestimmte Dinge muss ich machen, ähm, you know, Elvis Presley kommt noch, das muss einfach sein, und, ähm, meine, meine Folge, meine Live-Folge in Nürnberg wird wahrscheinlich meine aller, allerbeste sein, das heißt, komm mit und seht mich live in Nürnberg, und, ähm, wenn man kann, und, ähm, ja, also, es gibt ein paar Dinge, die ich einfach machen muss, so, okay, 9-11, also den, den, äh, Angriff in, äh, World Train Center in New York in 2001, und Grand Canyon, es kommt, Silicon Valley ist nächste Folge, aber Grand Canyon bin ich gerade beim, beim Schreiben und so, und, ja, was man sich so vorstellt, es kommt noch Coca-Cola, es kommt noch Levi's Jeans, es kommt noch, ähm, also Mainframe kam schon, aber eigentlich müsste ich noch über IBM oder sowas reden, aber, ähm, ähm, oh ja, einfach irgendwelche komische Sachen, die wir einfach gemacht haben, zum Mondfahren und so. Die, die war ja auch schön, also, oh, hier, die, die Mondfolge war auch so eine sehr schöne, die ist noch gar nicht so lange her, ne? Musste ich lange schreiben, also, die Idee kam mir natürlich zuallererst wahrscheinlich, also, so, oh yeah, Apollo 11, aber, ähm, da musste ich überlegen, okay, ich muss das, ich muss das wirklich richtig machen, also, was, wie, wie komme ich da ran und wie schreibe ich das, ja, genau, ja. Und dann setzt du dich dann abends nach der Arbeit nochmal extra hin oder hast du irgendwie so eine Ecke, wo du kreativ sein kannst, äh, wo, wo fällt dir das ein, wo arbeitest du? Mein, also, Ideen bekommt man, viele Ideen bekomme ich einfach, also, von der, ich sitze in der Arbeit und, ähm, viele Ideen kommen von meinen Kollegen, die alle, die meisten sind, also, die alle sind irgendwie, auch, wie sind hier, also, sind Ausländer oder zweite Generation Amerikaner oder so, aber alle sind, ähm, alle sind ein bisschen so neu und fragen so, oh, was ist, also, so tolle Ideen, auf die ich nie gekommen wäre, wir sitzen bei einem Chickenwing-Platz und, äh, also mit meinen indischen Freunden und wir trinken Bier und essen Chickenwings und dann fragt einer, oh, ich bin aber Vegetarier, was kann man hier essen? und dann fragt er, was ist Mac and Cheese und Mac and Cheese bekommen wir, bevor wir uns überhaupt an irgendwas erinnern können, so als Dreijähriger bekommen wir Macaroni and Cheese, also, Pasta mit Käse, aber das ist halt in einem, in einem Dings, ready-made, Fertiggericht und, ich so, wow, ich darf einem Inder erklären, was Mac and Cheese ist und das ist eine coole Story, pass auf, erst mal bestell das und zweitens, ich erkläre dir, also, das ist einfach bloß Käse und Pasta, aber das ist Americana, das ist, und eben, eben solche Sachen eben, auf die ich nie kommen würde, ähm, ja, einfach so, oh, das Essen hier ist merkwürdig oder Barbecue oder keine Ahnung, ähm, ja, boah, amerikanisches Bier müsste, also, aber, aber eben, warum, warum war amerikanisches Bier so schlecht? Wegen der, äh, Prohibition, also, als, äh, Alkohol illegal war und sowas, das muss natürlich eine Folge werden, solche Sachen. Okay, ich sehe, die gehen die Themen nicht aus, nein, ganz sicher nicht. Wenn man, ja, wenn man fragt, ich bin in einer Kneipe und denke mir, warum ist das Bier so teuer? Die Antwort liegt bei der, warum muss ich 21 sein? Warum müsste ich als 35er noch meinen Ausweis zeigen, wenn ich ein Bier will? Und warum kostet das Ding 7 Dollar? Ah, wegen der Prohibition, also, so als, ein Amerikaner würde sich das gar nicht fragen, weil das ja, weil das schon immer so war, das ist natürlich neu, äh, das ist natürlich, ähm, war halt immer so, also, das ist natürlich, ist halt so, man ist 21 und die fragen immer nach Ausweis, auch wenn man in Rente schon gegen irgendwie graue Haare hat, wegen Prohibition, weil es da bestimmte Lobbyists gibt und, und so weiter und so weiter und, ja, genau, das ist, ja, ja, nee, Themen würden mir nie ausgehen, glaube ich. Ja, super. Aber die letzte Folge, die Motorradtour, das war eine ganz andere, vom Charakter her, eine ganz andere Geschichte. Das war so wirklich, ähm, ja, on the road, ich nehme euch mit, äh, Abenteuerradio, äh, mit, mit viel Windgeräuschen zwischendurch dabei, dass man kaum ein Wort verstehen konnte, aber man hat vor allen Dingen deine Begeisterung gemerkt, also, äh, aber bevor, bevor du davon erzählst, eine Frage, du hast oft erzählt, ich fahre an Grasfeldern vorbei, war das dann wirklich Marihuana, was da, Flächen, oh ja, oh ja, in der Menge, Marihuana-Plantage, das ist ja unglaublich, ohne Zweifel, hundertprozentig sicher, glaub nicht, riesengroße Hektaren an Marihuana-Plantagen, das war so ein starker Geruch, für so eine Strecke, like, also, für hunderte Meilen, hin und wieder, und manchmal richtig stark, für eine ganze Meile oder so, und so, oh, ja, hey, ich bin in Nord-Nord, also, ich bin in Shasta, Humboldt-Counties, diese Gegend, wo die dann auch eben seit den 60ern, äh, anbauen, ja, also, die Sheriffs da wussten auch immer Bescheid, auch wenn es, auch als es illegal war und so, also, die, die wissen müssten, wussten es auch schon, und trotzdem, das passierte, ja, oh ja, das ist eine interessante Kultur da oben. Sehr witzig. So, also, du hast dich, du hast ja an Weihnachten, oder im Dezember, erst deinen Motorradführerschein gemacht, und jetzt hast du schon diese riesen, diese 2000-Kilometer-Trip da gemacht. Genau. Wie war das? Warum hast du das gemacht? War das ein Kindheitstraum, oder was ist passiert? Nein, also, ich habe mir nie wirklich gedacht, dass ich Motorrad fahren würde. Mein Vater fuhr Motorrad. Das hat mich nie wirklich begeistert, aber ab und zu saß ich halt hinten drauf, und auch durch die Alpen und so, also er hatte in Deutschland ein Motorrad, und das war super, super cool, zu Norditalien und keine Ahnung. Ähm, okay, also ich verstand es einerseits so ein bisschen, aber es hat mich nie so gejuckt, und meine Frau aber ist diejenige, die ist die Speed Demon, also die hat einen Ducati Monster 800, also 7, 6, 9, also ein riesiges Gerät gekauft, wenn sie es nur einschaltet, wenn es bloß so macht, unsere Fenster wackeln. Also meins ist bei weitem nicht so laut. Und einerseits versuche ich da nur mitzuhalten. Ich dachte mir, okay, ich kaufe mir einen Helm, da kann ich hinten draufsetzen, so richtig so, ich lasse meine Frau mich rumfahren. Und dann, und dann dachte ich mir, okay, dann ich kaufe mir die Stiefel und Lederjacke, okay, und, ähm, und richtige, okay, und dann, dann kriege ich mir, ach, ich mache den Führerschein, vielleicht will ich einen mieten, oder vielleicht gucken wir einfach mal. Also, der Führerschein ist hier leicht gemacht, so, ähm, für den Kurs war es 100 Dollar oder sowas, für den Drei-Tage-Kurs und nach den Drei-Tage, nach den Drei-Tage, äh, zweieinhalb, Drei-Tage, hatte ich so schon so selbstbewusst, äh, wie sagt man, äh, Confidence. Vertrauen, Selbstvertrauen, Selbstvertrauen, genau, dass ich so die Straße runterfahren könnte, so in einer geradeen Linie und, ja, okay, probieren wir das Ganze. Die Sache ist, sobald ich auf, in dem, ich war auf dem Kurs und ich war auf einem winzigen Zwei-Fuchziger-CC, ähm, Suzuki, aber war ein Cruiser, das heißt, die vorne sind, die Füße sind ein bisschen weiter vorne, also so, äh, man stellt sich vor, als würde man auf einer Couch sitzen, so die Füße nach vorne, so nach zurückgelehnt, und yeah, auf einen Cruiser halt, cruisen. Und, ähm, dieses 250 CC kann wahrscheinlich gar nicht mal auf die Autobahn, also so winziges Ding und einfach erstmal so, okay, ähm, erster Gang und dann die Kupplung langsam raus und einfach gerade Linie, so die, äh, you know, 30 Meter und einfach auf die Bremse und Stopp. Und das war's. Das, das war's. Ich grinste, also ich, als ich die Bremse drückte, war ich schon am Grinsen und like, oh mein Gott, ich will nochmal und das war's. Sobald ich das erste Mal selber irgendwie am Gas, ähm, drückte, war, drehte, war mir halt klar, ich, oh mein Gott, ich will so ein Ding haben, auch wenn es so ein winziges ist. Und, ja, jetzt verstehe ich das. Motorradfahren ist einfach Highland, es ist Meditation, es ist wunderschön. Ähm, und ich hab ein Ding, das auch wirklich Spaß macht. Es will schnell fahren, es will Meilen essen, es hat 100 PS, also es, wir reden schon über ein größeres, äh, äh, Harleys essen meinen Staub. Es ist ein Indian, Indian Scout, S-C-O-U-T, wenn man es googeln will. Und, trust me, man will es googeln. Ähm, genau, und ich dachte mir, also ich bin erst nach, ich hab erstmal, ich kenn keine Biker, ich hab erstmal eine Visitenkarte allen gegeben bei den Kurs, so, hey, ähm, ich kauf mir irgendwas und wenn ihr auch ein Motorrad kauft, dann schickt mir eine E-Mail und wir fahren zusammen irgendwie, wir lernen das zusammen. Und ich bekam tatsächlich zwei E-Mails, eines von jemand aus Santa Cruz, äh, San Jose, aber uninteressant, der kaufte sich so einen winzigen Honda, so einen Scooter, irgendwas. Aber ein anderer war ein, äh, Ukrainer, Ukrainer, kam aus der Ukraine, whatever. Und, ähm, er kaufte sich ein BMW irgendwas und wir sind halt durch die Santa Cruz Mountains. Das ist mein Biker Buddy, ein Osteuropäer. Go figure. Und, dann sind wir halt durch, ich bin nach Santa Cruz und zurück. Das sind vielleicht 80 Meilen hin und zurück. Und dann dachte ich mir, okay, also, what, 130 Kilometer. Und dann 140. Und dachte ich mir, wenn ich schon so viel schaffe, vielleicht schaffe ich nach Sacramento. Wenn ich Sacramento schaffe, dann schaffe ich nicht irgendein Motel in Reading? Und wenn ich, wenn ich Reading schaffe, dann schaffe ich eigentlich Oregon. Und, es hat sich halt so ergeben. Es war, es war anstrengend. Es war eine Herausforderung. Aber, oh yeah, so viel Spaß. Tolles Abenteuer. Würde ich sofort nochmal machen. Hätte ich den Urlaub. Ich will jetzt Route 66, ich will durch, ich will nach Las Vegas, ich will zu Grand Canyon auf mein Motorrad. Ich will die, das nächste wäre wahrscheinlich Hs Strecke 1. Einfach die Küste runter von hier, also von Napa Valley bis Los Angeles. Hört bei Long Beach oder so auf. Das kommt wahrscheinlich sehr bald. Und ich dachte mir, hey, wenn ich da eine Folge draus machen kann, das wäre wahrscheinlich ein anderes Projekt. Irgendwann. Und keine Ahnung. Und vielleicht sogar Video. Ich habe jetzt GoPro drauf montiert und so. Aber ich glaube, das könnte man gucken. Das wäre dann auch auf Deutsch. Und so, hey, kommt mit mir nach die Küste runter durch Süd-Kalifornien nach L.A. Oder kommt mit mir die Wüste angucken. Mal sehen, ob wir überleben. Oder nach, gucken wir uns einfach mal Las Vegas an. Per Motorrad. Oder sogar ein bisschen weiter zur Grand Canyon. Und das wäre eine coole Podcast-Idee. Oh ja, oh ja. Habe ich immer, ja. Darf ich mal fragen, wie war diese Folge im Gegensatz zu den anderen? Also war das jetzt so, oh nee, das ist jetzt komisch, dass er, weil das war ein völlig anderer Format. Für mich war das total schön. Also ich mag, ich mag dieses, ich mag dieses, nimm mich mit oder das Erlebnisradio mag ich einfach sehr, sehr gerne. Also quasi, also dabei zu sein, wenn jemand ein, in 30 Jahren, ja, in 30 Jahren wird das meine Lieblingsfolge sein. Das wird die Folge sein, die ich am liebsten höre. So, oh yeah, ich habe Jake besucht und oh yeah. Und das, also auf jeden Fall, das wird, auf jeden Fall für mich ist das wahrscheinlich meine Lieblingsfolge jetzt schon. Ja, würde ich auch sagen. Vor allem, also dein Staunen, das war, das war einfach so schön, zu erleben. Und deine, wie du immer sicherer wurdest. Also am Anfang so, hm, ganz vorsichtig so und auf einmal erzählst du deine Geschwindigkeiten, mit denen du da so unterwegs bist und ich auch gedacht habe, Moment mal, in Amerika gibt es doch ein generelles Tempolimit. Wie kann er denn dann so schnell unterwegs sein? Das geht doch eigentlich gar nicht, ja, mit rechten Dingen zu sozusagen. Ich musste aufpassen, ja, ja. Ich dachte, hoffentlich, hoffentlich spricht die Highway Patrol kein Deutsch und hoffentlich passen die nicht auf, weil. Kriegst du doch rückwirkend. 100, ich einfach so, es wurde ein bisschen windig, so was ist, dann gucke ich, also 160 geht bei dem Ding noch locker, das will einfach so schnell. Und da musste ich wirklich lernen, so wie ich den Griff halte und so, oh, wow, wow, ja. Ja, nee, es ist eine schöne Maschine, auf jeden Fall. Ja, das glaube ich dir. Und auch, du bist ja über die Maschine in Kontakt gekommen mit anderen Leuten, die dann gesagt haben, oh, schöne Maschine und plötzlich hast du Gespräche geführt und mit Menschen zu tun. Das war für mich eine Überraschung. Ja, das war, ich dachte mir, das ist ja der, das ist, das, der, das ist der Motorrad, den man durch die USA fahren sollte, denn das ist so total neu für alle und, ähm, alle, wirklich alle, alle, also ich habe Storys mitbekommen, ja, soll ich die nochmal? Nein, also, ich habe Methanfilamine-Dealer getroffen, weil, also ehemalige, aber, ähm, ich habe Leute, also Obdachlose getroffen, die, ähm, keinen Job bekommen, weil, wenn sie zu lange arbeiten, dann brauchen sie Versicherung und da sie pre-existing conditions haben, da sie schon irgendwas haben, bekommen sie keine Versicherung und das ist halt so ein Zyklus, also so ein Kreis, dass Arbeitslose keine Arbeit bekommen, weil sie keine Versicherung haben und natürlich bekommen sie keine Versicherung, weil sie keine Arbeit haben. und, äh, das war halt so und der, der saß draußen und das fing alles mit dem Motorrad an, so, hey, was hast du denn das für ein Ding? und, ähm, und der saß halt vor der, vor der Bücher, äh, vor der Bibliothek, Bücherei, what? Vor der Library und arbeitete und wartete auf Internet, dass er halt irgendwie irgendwas machen konnte, Social Security oder so bekommen konnte und, da dachte ich mir halt auch so, wow, das ist ein, das ist halt gerade jetzt so ein Thema, ein Thema, so Obamacare und das Ganze und, ja, ja, genau und, also ich habe viel gelernt, ich hatte, ich hatte viele Erfahrungen, so, dass, wegen diesem Motorrad, so, is that the Indian? Es gibt zwischen San Jose und Portland, Oregon, also 1000 Kilometer, keinen Indian Verkäufer. Es wird es einen geben, sehr bald, aber jetzt im Moment ist es halt wirklich so neu und alle kennen ihn, das ist der andere, ähm, amerikanische V-Twin, der andere amerikanische Motorrad und, oh ja, 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 das war einfach zufälligerweise, perfekt, wusste ich gar nicht, wäre mir auch ein Harley, wenn ich nicht so versiere. Warum hast du genau das gekauft? Ja, also durch Zufall einfach. Ich bin Geschichtsnerd. Nein, also, ich dachte mir auf jeden Fall, nee, alles, meine Bank ist, die Bank von den Gründern von Intel, also alles, also alles, was ich mache, ist irgendwie, weil ich Geschichtsnerd bin, auf jeden Fall, aber selbst mein Motorrad, ähm, World's Fastest Indian, der weltschnellste Indianer, keine Ahnung, mit Anthony Hopkins, ähm, wo den alten, wo den alten Scout fährt, auf die Salt Lake City, auf die Bonneville Flats und das Ganze und, den Rekord immer noch hält eigentlich und diese alten Scouts, the Wall of Death, wo die, und die benutzen immer noch die 20er, 30er Scouts für das, das ist, äh, so ein Kreis, wo sie perfekt horizontal fahren, also auf 90 Grad gegen die Wand fahren, im Kreis rum, das ist Wall of Death, das, das fing wirklich mit Scouts an, das sind Indian Scouts, meins ist halt ein bisschen größer, meins ist ein modernes Ding, das ist, also meins hat 11, 33 Kubikzentimeter, es ist ein viel größeres Motorrad als die, die altalten, aber dann die letzten, die gebaut wurden, also dann, dann hat Indian noch für den Zweiten Weltkrieg, Indian und Harley und die letzten, die sie gefahren sind, waren, ähm, die good old G.I. Joes aus dem Zweiten Weltkrieg, die nach Hause kamen und, und sagten, hey, ich will diesen Motorrad, den ich damals in Europa gefahren, oder, sagen wir den Philippinen gefahren bin und, ähm, manche haben Harley gekauft und manche Indian, aber dann schließlich mit der Konkurrenz hat Harley gewonnen und es gibt keine Harley, äh, gibt keine Indians seit den 50, 40er glaube ich eigentlich, spät 40er oder frühen 50er und es gibt sie erst, ähm, seit 2010 oder so, aber den Scout erst seit 2014 und deswegen halt wirklich so, die meisten wussten gar nicht, dass sie wieder gemacht wurden und deswegen, also das war einfach, ich hab den schon lange so im Visier gehabt und das wäre mein Traumbike, aber ich warte erst, ich kauf mir erst einen kleinen Kawasaki oder Honda oder keine Ahnung und dann dachte ich mir, ah, nee, wenn schon, ja, okay und dann hab ich halt den gekauft und, ähm, ja, jetzt hab ich halt weitere coole Stories wegen diesem Motorrad, ja, und hoffe, viel weitere zu machen, ja. Also, ich hab gelernt, dass man also Kurven am Anfang sehr zögerlich fährt und hinterher quasi mit großer Gelassenheit, also auf dem Rückweg warst du ja total entspannt, wo du gesagt hast, also auf dem Hinweg hätte ich mich hier wahrscheinlich verrückt gemacht, aber jetzt fahr ich das quasi mit der linken Hand so irgendwie so runter und das andere war, also 2000 Kilometer machen einen, wenn man bloß 800 gefahren ist oder so, wenn man dann einfach einen ganzen Tag auf ein Motorrad setzt, dann ist man am Abend schon anders als am Morgen, also, ich kann, also ich in, am ersten Tag war 400, okay, sorry, am ersten Tag war 650 Kilometer von San Jose nach Medford, Oregon, ich wollte einfach über die Grenze und dann in ein Motel rein und das war dann auch die größte Strecke, die ich dann gemacht habe und also an dem Abend dachte ich mir, wow, also, ich bin nicht die Person, die heute Morgen auf die Motorrad gestiegen ist, also, ich hatte meine erste Nachtfahrt hinter mir, ich hatte meine ersten über 80 Meilen Fahrt hinter mir und dann gleich das Fünffache, also, und dann, ja, so Kurven durch die, also, und dann meine ersten 100 Meilen pro Stunde Fahrt, 160 kmh und das war alles an einem Tag, also, ja, also, ich habe sehr viel dazu gelernt. Ja, ja, und auch, dass die Motorradfahrer in verschiedenen Gegenden sehr unterschiedlich wahrgenommen werden, ja, also, hast du nicht zum Schluss sogar gesagt, dass in einigen Gegenden die Motorradfahrer bewaffnet fahren, um sich gegen die Autofahrer zu wehrzusetzen? Oh Gott, das ist, okay, das ist, das ist, das ist, überall passiert, das ist eigentlich die Regel, dass Bikers haben eine, eine 9mm oder, oder irgend sowas an sich, es gibt sogar, puh, okay, stellt euch einen Harley vor, das heißt, die Füße sind nach vorne, dann gibt es diese, ähm, Highway Bars, das heißt, wenn man, also, man hat schon die Füße auf einen, ähm, also, ein bisschen gehoben, wenn man auf die Couch sitzt, jetzt stellt man sich vor, man will die Füße ganz nach oben auf den Kaffeetisch stellen, was man ja nicht machen soll, oder whatever, aber das sind halt, da kann man so Highway Bars anmontieren, und dann, weil der Wind bei diesen Winkeln gegen die Füße so prellt, gibt es dann so Windscreen, so kleine Windschutzscheiben für die Füße wirklich, und das gibt es wirklich nur bei Cruisers, bei amerikanischen, komischen Motorrädern, aber eines von diesen Winddings ist halt wirklich ein, 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 wie sagt man, ein Holster für 9mm, oder ein Holster für eine 40 Cal, oder so, und ich, und ich blätter halt durch das Ding, und Harley stellt die selber her, und so, also, das ist halt echt Wahnsinn, und mir wurde dann öfter, immer öfter, öfters gesagt, so, oh nee, also ich hab, deswegen halt, trage ich die 9mm mit mir, und wow, so okay, und einmal einfach rausgezogen, und so, ja, ich hab sie immer, also einfach aus dem Nichts, so, ja, hier ist sie, und ja, als wären wir im Wilden Westen, und ich rede mit Bill Hickok, oder so, also, ja, ja, genau, und, ähm, das passiert tatsächlich, das ist einfach, und warum genau, kann ich nicht beantworten, also ich bin sowas, ich bin Pazifist, ich kann es anders nicht sagen, ich denke, wenn jemand mich anschießt, bringt es nicht, wenn ich zurückschieße, ich glaube, ich würde ihn nicht treffen, es wäre einfach, ein weiteres Ding, was ich mittragen musste, und ich würde mich wahrscheinlich, selber erschießen, oder meine Frau, oder mein Motorrad, oder mein Hund, oder, nein, und, ja, das, das war interessant, ich habe da vieles dazu gelernt, ja, ja. Und auch das Schlimmste, was einem Motorradfahrer so passieren kann, dass die Maschine umfällt, und man sie aus eigener Kraft nicht wieder aufrichten kann, das hast du dann auch erlebt. Auch gelernt. Und geschafft, ne. Und mein Rücken, wehgetan ein bisschen, mein Rücken war schon ein bisschen so, für zwei, drei Tage, ich dachte, oh, habe ich was Permanentes gemacht, oder so, weil, das war voller Adrenalin, so, oh nein, das darf nicht, und, ja, aber es ist, es ist umgefallen, ja, es ist umgekippt. Ja. Oh ja, oh ja, toller Abenteuer. Ja, aber mal zur Technik, mit welcher, mit welchem Rekorder hast du denn da unterwegs aufgezeichnet? Okay, ich bin immer noch, ich bin immer noch Minimalist in der Hinsicht, dass ich einfach einen guten, aber billigen Mikrofon will, ich will, ich nehme, also, was ich benutze ist, ich nehme, meinst du generell oder da unterwegs? Erstmal unterwegs, aber später wollte ich auch generell fragen, was du dann im Studio hast. weil unterwegs war es wirklich nur einfach Handy, iPhone, was auch immer, i6s oder, also nicht mal das Neue ist einfach, einfach iPhone. Ich dachte, wenn das klappt, dann klappt das, wenn nicht, dann okay. Und dann habe ich, wenn ich zurückkam, habe ich dann nochmal so im Studio sozusagen, in mein Gästezimmer, nochmal ein bisschen was drüber, so Voice-Over gemacht, aber ich wollte, also, wie generell, wollte ich auf dieser Reise einfach, so einfach, so simpel wie möglich, das machen. Ich habe schließlich, mein GoPro gar nicht benutzt. Das war schade, ich muss noch eine Reise machen, aber, ich wollte eigentlich, die GoPro war einfach in der, in der Satteltasche und, ich dachte mir, nein, ich, wenn ich irgendwie durch die Satteltasche, wenn ich tanken will, und mehr nicht, und wenn ich dann durch die Satteltaschen wühlen muss, dann, dann mache ich es gar nicht. Aber wenn ich einfach bloß mein Handy aus der Tasche ziehen kann, und aufnehmen kann, dann wird das auch passieren, und so passiert das auch. Aber, irgendwann mal habe ich auch aufgegeben, ich war einfach so müde und wollte nicht mehr, dann so, okay, das war die letzte Aufnahme, ich bin nochmal 600 Kilometer gefahren, ohne was zu sagen, aber, und das ist dann auch passiert. Generell gesehen, sehe ich das das Gleiche. Ich habe so viele Projekte, ich habe so viele Projekte, aufnehmen muss einfach gehen, kollabrieren, also mit anderen Arbeiten muss einfach, ich benutze Quip zum Beispiel, mein Mikrofon ist billig, aber nicht, also es ist ein Blue Yeti, es ist nicht das Beste, aber es ist gut, und ich benutze GarageBand zum Aufnehmen und zum Schneiden. die Sache ist, ich habe jahrelang gebraucht, bis ich alle Einstellungen richtig kannte, das ist das Problem. Aber so extra Mixer und extra Software und extra alles andere, wenn es noch einen Schritt dazu geben muss, selbst mein Hosting und selbst die WordPress, das muss alles irgendwie halb automatisch gehen, sonst wird es einfach zu aufwendig. Wenn ich sechs, acht Podcasts habe, das ist einfach dann zu verrückt. Ja, ich bin da also Minimalist, kann man sagen, also ganz grob gesagt, ich will einfach, was funktioniert, was okay klingt und mehr wirklich nicht. Ja, keep it simple, ist eine sehr schöne Strategie, sehr schöner Ansatz, ja. Andere denken anders, und das ist okay, sollte ich ganz vorsichtig sagen, und das ist okay. Andere haben bessere Audioqualität als ich, eindeutig, ganz klar. Und okay, aber meins mache ich, ich bin in der Hinsicht so faul, ich will es einfach fertig haben und ja, aber, ja. Hast du dir schon mal dieses Podlove-Publishing-System angeschaut, weil du gerade sagst, dass ich will es einfach haben? Das ist sehr cool eigentlich. Ja. Da könnten wir das eigentlich ein Thema für sich, das ist so ein bisschen die Unterschiede zwischen, auch von der Technik her, weil das ist alles so ein bisschen verbunden, so die Podcaster-Szene im englischsprachigen Raum, kann man sagen vielleicht, das ist sehr groß, aber auch im deutschsprachigen Raum. Und die Formate und die Standards so, was man zu erwarten kann als Hörer, das ist ja unterschiedlich. Und da habe ich gemerkt, so in Deutschland ist es, also Kapitel sind Standard. Das war sogar eines von euren Feedbacks, so ja, MP3-Metadata ist von Vorteil, wegen Kapitel, was weiß ich. Ja, ja. Mir ist das Ganze egal, weil ich gar keine Kapitel habe und kein, weil kein englischer Zuhörer würde die Kapitel nutzen, weil kein englischer Zuhörer, amerikanischer, also englischsprachender Zuhörer, weiß, dass es sowas gibt. Das wisst ihr alle irgendwie. Aber das weiß kein Englisch. Also das ist halt ein großer Unterschied. Und ja, so Paddler, oder es gibt auch so Blueberry und dann WordPress Blueberry Plugin und so und so. Also es gibt so ähnliche Sachen. Aber ich bin auch noch so ganz faul. So MP3 und dann MP3. Aber das ist auch Drag & Drop. Ich benutze Acast. Die zahlen mich, dass ich bei denen hosten darf. Also für die Ehre zahlen die mich. Und das ist einfach Drag & Drop. So MP3, klick, klick und dann Namen hinzu und kann ich einfach von WordPress kopieren oder keine Ahnung. Und es gibt einfachere Methoden auf jeden Fall. Aber ja, bin zufrieden. Aber Paddler finde ich klar. Ich habe es auch irgendwie installiert und dann benutze ich es nie. Aber könnte ich mal machen für ein Projekt. Ich könnte mal mit Paddler anfangen. Ja, nur aus Interesse, ob das wahrgenommen wird. Auch über den Reich sozusagen. Ich habe so den Eindruck, dass einfach amerikanische Podcaster generell, vielleicht also Engländer, ich sage einfach mal Amerikaner, aber ich meine auch Australia, Kanadier, Engländer. Seien mir nicht böse. Aber es kommt mir so vor, weil die, die ich kenne, sind wirklich gemischt. Aber das sind alles so vom gleichen Niveau her, von wegen Technik. Also es ist eher Low-Tech. So einfach Audacity, das ist umsonst. Und dann, oder wenn man Mac hat, GarageBand. Und dann einfach die Einstellungen einmal nachschlagen und dann nichts anderes machen für Jahre. Und das war's. Einen USB-Mic für 100 Dollar und das war's. Und ich merke ja bei Sendegate und so und diese ganzen Foren und Netzwerken, dass alle haben so welchen Mixer und welchen Compressor und welchen Limiter und das ist für mich alles, keine Ahnung, Lateinisch oder so. Ja, genau so für mich. Ja, also meine Podcasts wurden immer besser und ich benutze seit Anfang an GarageBand, aber langsam mache ich so, oh, wenn ich zweimal klicke, bin ich doppelt so laut und Hintergrundgröße ist weg. Ah, okay, vielleicht mache ich das. Ich baue das in meinen Workflow ein. Okay. Ganz langsam. Also solche Sachen über die Zeit. Ja, ja, ja. Da, wo du veröffentlichst, da wird ja auch Werbung eingeblendet. Das ist für dich überhaupt kein Problem? Also im Idealfall hätte ich keine Werbung. Also ich habe gerade, als ich hier... Genau, aber natürlich habe ich Werbung. Das meine ich damit mit Acast zahlt mich. Acast repräsentiert mich. Ich habe auch dann auch, manche Werbung kommt durch Agora oder irgendwelche Clubs for Darkness und im englischsprachigen Raum gibt es auch Podcaster Agencies. Also ich habe wirklich einen Agent, einen Agenten kann. Also ich habe da wirklich E-Mails geschickt, so hey, okay, ich bin der und der. Ich habe so viele Downloads. Ich habe so viel Merchandise und, you know, was könnt ihr für mich machen an Supporters, an Werbung und so oder irgend so was. Unterstützung halt. Und hier geht das so ein bisschen im Idealfall. Und die andere Sache, so wie es viele machen, und es gibt kein Richtig und Falsch. Ich will ganz von Anfang an sagen, es gibt kein Ich bin besser als dieser andere Podcaster, weil ich sowas mache. Meine Philosophie war, alles, was ich mache, soll umsonst sein, weil ich will einfach, dass Leute es hören. Ich will, ich verlange nichts dafür. Ich will einfach, dass es so viele Leute wie möglich hören können, wenn sie wollen. So einfach wie möglich. Einfach, oh, es ist on iTunes und subscribe und click und basta. Die anderen Leute sagen, hey, ich will das aber vollzeitig machen und Werbung zahlt ja nicht. Also ich bekomme keine, sagen wir vielleicht geschätzt, 30 Dollar im Monat Werbung. Und das lohnt sich ja nicht. Also ich nerve alle meine Zuhörer mit Werbung und ich bekomme nicht mal wirklich viel Geld dafür. Und das heißt, also ich habe auch nicht recht. Aber dafür, alles mein Inhalt ist umsonst. Das ist nicht irgendwie bei Patreon versteckt. Man kann mir Geld geben, Patreon, PayPal oder Flatter, aber es ist, man bekommt nichts extra für. Vielleicht, also ich habe Aufkleber und so, aber kein extra Inhalt, kein extra Buch oder so. Doch, kauft man ein Buch bei Amazon. Aber das ist nicht irgendwie für Membership Feeds oder sowas. Ja, und das ist einfach so Philosophie Sache. Was nervt mehr? Etwas für eine Folge zahlen zu müssen, weil man es dann gar nicht erst eine Chance geben würde oder Werbung? Und da gibt es keine richtige Antwort. Das ist halt Geschmackssache und Persönlichkeit und so weiter. Ja, genau, finde ich auch. Also da gibt es, da gibt es also diese quasi religiösen Kämpfe und was ist die wahre Lehre? Ja, ich meine. Die kann ich auch nur immer zum Teil nachvollziehen. Also ja, klar, man hätte es immer gerne ideal, aber die ideale Welt, die gibt es leider nicht. Die muss erst noch gebastelt werden. Genau. Wie ist dein Kontakt zu dem Buddler, zu dem Macher von das geheime Kabinett zustande gekommen? Ich werde, ach so, wie ist das passiert? Ich werde ihm nämlich, das ist fast der Punkt dieser Reise, dass ich Ende Oktober mache, ist, dass ich nach Wittenberg komme, um Buddler zu besuchen. das wird dann auch natürlich eine Folge draus für Geschichte der Deutschen, aber für die 500-Jahres-Feier vom Martin-Luther-Dings, das ist Halloween 2017, also 21. Oktober, whatever. Das ist halt sehr schön, ja. Die 950-Thesen-Tag ist Halloween. Und genau, also wie kam das zustande? Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig genau. Ich hatte diesen Gespräch schon mal mit dem Buddler und also wir wissen nicht, ob ich ihn zuerst gehört habe oder er mich zuerst, aber er hat, weil der ist ja so richtig Akademiker, also der ist, ich bin nichts im Vergleich zum Buddler, sollte ich mal ganz offen und ehrlich sagen. Er ist richtiger Akademiker, er weiß wirklich, he really knows his shit und studierte auch wirklich und er ist Archäologe und arbeitet im Buddler, im Buddlerhaus, er arbeitet im Lutherhaus und das Ganze und und ich bin halt nur so einer, der Bücher liest und ich habe halt History Podcasts in Deutsch gesucht und sofort Angegraben gefunden und erst mal, jetzt ist es eine total andere Landschaft, aber erst mal nur Angegraben gefunden. Da gab es ein, zwei mehr, aber Angegraben war wirklich nicht nur das Einzige, okay, aber nein, wirklich unter alle die, die ich gehört habe, fand ich Angegraben, also es wurde sofort von einem meiner Lieblings, also entweder Lieblings oder so Top 3 direkt hinter Dan Carlin und Mike Duncan oder so war der Buddler, so das ist cool und dann haben wir und ich ging, da wohnte ich noch in Prag und ich habe auch irgendwann mal einen Kommentar hinterlassen auf seiner Dings und der so, ey du bist der, ich kenne dich und warum sprichst du Deutsch? Weil damals war ich bloß History of Alchemy und er kannte History of Alchemy, meinen Podcast, aber ich habe nie erklärt, dass ich Deutsch kann oder so und dann haben wir halt so ein bisschen so geplaudert und irgendwie kam ich, ich habe ihn interviewt, ich ging zu Wittenberg, um ihn zu interviewen zu können, also über die Nebra-Scheibe, was? Ein altes Bronze, alte Fakt, die Himmelscheibe von Nebra, genau, hatte er auch mal irgendwie was drüber gesprochen und dann auch eben Martin Luther für Geschichte der Deutschen oder Badeberg für Geschichte der Deutschen und dann hatte er so mir heimlich erzählt, dass er ein neues Projekt hat, so geheimes Kabinett und ich ihm so heimlich erzählt, ah ich vielleicht auch irgendwann, keine Ahnung und aber dann habe ich ihn schon mal getroffen, den Nachmittag mit ihm verbracht und so und dann irgendwann mal brauchte ich halt Deutschübung und ich habe ihn ganz ungebeten einfach mal eine Folge auf Englisch vom geheimen Kabinett geschickt, das war die Folge 1 über Napoleons Penis, Buddler, Buddler und 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 habe es einfach übersetzt, also also das war die es war nicht mein bestes Werk in der Hinsicht, ich habe es nicht übersetzt, übersetzt, ich habe es gedolmetschert, ich wollte so testen, wenn ich einfach was Deutsches höre, funktioniert mein Hirn schnell genug, dass ich dann einfach auf Deutsch, auf Englisch irgendwie was zurückgeben kann oder zumindest was aufschreiben kann oder irgendwie sowas und jetzt kann ich das, jetzt ist die Antwort ja, ich kann einfach Dolmetscher sein, so jemand sagt mir was und ich fast real time kann ich auf die andere Sprache beantworten, aber das ist ein Skill, das nicht natürlich kommt, ich musste wirklich üben und ein Teil von dieser Übung war eben einfach, hey, geheimes Kabinett ist sowas von klasse und das wäre einfach so cool, wenn es das auch im Englisch geben würde, weil ich weiß, dass viele von meinen Zuhörern so viele es mögen würden und selbst die anderen Podcaster würden sich kaputt lachen über die Themen und wie das einfach präsentiert wird und das Ganze, Butler hat ja, also Butler ist witty, hat Charme und das Ganze und das ist, dachte ich mir, kann ich das irgendwie übermitteln und teilweise auch die Gags oder musste ich diesen Wortspiel, also Puns und so, über, also neue Puns finden und ja, sehr, also und so ging das halt weiter, jetzt bin ich irgendwie bei Folge 35 oder, also ich mache die nicht so regelmäßig, wie ich will, aber es kommen immer wieder neue Secret Cabinets auf Englisch und ja, das ist, jetzt will ich nochmal, jetzt besuchen wir uns nochmal und machen irgendeine Folge draus und hoffentlich, ich übernachte diesmal in Wittenberg und wir, hoffentlich ist er nicht zu beschäftigt mit der ganzen Ausstellung und Luther Tag und so, dass, dass wir nicht mindestens Zeit für ein Bierchen oder so finden, aber genau, yeah, Butler, ich bin erstmal riesen Fan und habe mich nur gefreut, dass ich mit ihm arbeiten konnte und ja, jetzt sind wir hier und da Partner und werden immer wieder in der Zukunft wahrscheinlich bestimmt irgendwas machen, also yep, die, die Butler nicht kennen, hört, hört den Butler. Gibt es ein genaues Reisedatum, wann du in Wittenberg sein wirst, also nur am 31. oder ein paar Tage vorher, ein paar Tage danach? Genau, also Halloween ist 31. da musste ich da sein und mein Flug ist schon am 2. und ich fliege von Berlin weg. Das heißt, ich bin ganz sicher dann in Wittenberg und am 1. bin ich ganz sicher in Berlin, wahrscheinlich bloß für einen Tag, aber ich versuche da, mich verfügbar zu machen. In Berlin vor allem wird total relaxed einfach, hey, ich bin in diesem, diesem Restaurant und ich twitter dann einfach, wo ich bin und die, die mich finden, finden mich. Nürnberg ist halt, ich will einen Saal und ich will eine Live-Show machen und das Ganze, das wäre so um den 27. Momentigsten rum. Immer noch nicht fest, fest, aber langsam wird das alles geplant, ja. Ja, ja, ursprünglich wolltest du doch im Frühjahr kommen, irgendwie Februar, März oder sowas, ne? Es ist nie so, wie ich will. Ja, ja, das wäre ideal gewesen. Ne, ich habe in, in Oktober habe ich Arbeitsgeber gewechselt und ja, da habe ich halt ein bisschen, ich bekomme nur drei Wochen im Jahr und letztes Jahr habe ich meine drei Wochen deswegen verloren. Ich hatte zwei Jahre keine Ferien, bis meine, meine Motorradfahrt und ja, ist halt so passiert. Ja, schade, schade. Welche Verbindung hast du denn zu Nürnberg? Ich kenne dort ein paar so Verwandte, ähm, Bekannte irgendwie, also ich kenne da irgendwie viele, aber nicht so gut und das lag einfach perfekt auf dem Weg und ich sah einfach, vor allem in den früheren Tagen, jetzt passt alles irgendwie, glaube ich, also, ähm, die Städte haben die, die Downloadzahlen, die sie haben sollten, aber am Anfang hatte ich irgendwie super viele Downloads von Nürnberg. Keine Ahnung warum und ich musste mir dann auch irgendwie eine Stadt aussuchen und dann endlich sagen, wo ich sein werde und da dachte ich mir einfach, okay, Nürnberg mache ich einfach, auch wenn nur drei Leute kommen, Nürnberg wird gemacht und, ähm, genau, das hat sich einfach so ergeben irgendwie. Nürnberg kenne ich, Nürnberg ist unterwegs und, ähm, ja, ich wäre mal, ich würde schon gerne mal wieder ein paar Tage in so Franken und die Gegend verbringen und das Bier dort ist immer noch besser als hier, aber sag's denen nicht, nicht, dass sie, also amerikanisches Bier ist schon immer noch das Beste, äh, aber ja, das wäre auf jeden Fall cool und sonst einfach, das ist einfach auf der Landkarte, okay, ich fliege nach Prag und ich fliege von Berlin weg und, okay, Nürnberg, passt. Passt da rein, okay. Nee, ist so, zufällig, ja. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, der Nickname Podcast Nick, wo kommt der her? Hat der was mit Sputnik zu tun oder hat der was ganz anderes zu bedeuten? Einerseits schon, ja, also einerseits brauchte ich einfach einen Namen und saß ein paar Tage dran und so, äh, was, es wäre cool, wenn irgendwas zu Podcast im Titel, aber ich wohnte in Tschechien und, ähm, in Tschechien, ähm, zum Beispiel Roboter ist ein tschechisches Wort, Arbeiter, aber so richtig, ähm, Arbeiter, Arbeiter, so jemand, der in einer, in einer, wie sagt man, Factory, Fabrikfirma, Fabrik eigentlich. Genau, die wirklich an der Fabrik arbeitet, das ist ein Robotnik, das ist also ein, 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 ein Arbeiter in einem Büro wäre was anderes, das ist Pratsovnik oder so, aber ein Arbeiter, so richtig ein Schufter, die, die, für die Kommunismus interessant waren damals, das waren halt die Robotnik, das waren halt die, die wirklich schuften und Nik ist einfach, ähm, was, was ist, Voynik, nee, keine Ahnung, aber irgendwas, so Soldat hat auch so dieses Nik am Ende und das heißt eigentlich nicht mehr oder nicht weniger als Podcaster in Tschechisch oder Russisch oder also eines von diesen slawischen Sprachen, mehr nicht, Sputnik heißt nur Satellitchen oder Satellit, also, ja, der Himmelsarbeiter wahrscheinlich, ja, so, ja, ja, okay, dann bist du der Podcastnik, also der Arbeiter im, ja, im Podcastland, sozusagen, Podcaster, genau, der Podcaster, der hart arbeitet, das schon, ja, das schon, ich bin früh wach und gehe spät zu Bett und podcaste zwischendurch, das stimmt. Hast du eigentlich auch in Amerika Hörer, die gerne deutsches Angebot hören? Ja, tatsächlich, überraschenderweise, ja, und das war nicht der Sinn der Sache, aber ich werde immer häufiger und immer häufiger von Professor, so Deutschprofessor und so, ähm, bei Twitter oder so gementioned, so, hey, perfect for German students, this bilingual, und bei Reddit und so, wenn jemand fragt, hey, kennt jemand eine, ein Podcast auf zwei Sprachen oder kennt jemand ein gutes deutsches Podcast, wo ich Deutsch lernen könnte, natürlich, die einzigen, ähm, Podcasts, die alle kennen, die auf Deutsch, die es auf Deutsch gibt, sind, ist Geschichte der Deutschen, weil ich, äh, History of Germany machen und da habe ich meine, keine Ahnung, Millionen Downloader oder sowas und die, und die sagen, und da sage ich immer, ach, und diese, und übrigens, dieses Podcast gibt es auch auf Deutsch, das heißt, selbst die Amerikaner und Australier wissen, oh, dieses Podcast gibt es auf Deutsch, und dann bei Reddit, wenn jemand fragt, sagen die, oh, es gibt History of Germany in German, und, ähm, tatsächlich bekomme ich dann irgendwie, ähm, schon, also es gibt eine, es ist eine große Minderheit, muss irgendwie Deutschstudenten sein, hier in, in USA, und, ähm, die hören das, und auch, ähm, Deutsche, die, oder Deutsche, die Englisch lernen, hören dann das vielleicht erst auf Deutsch, und dann auf Englisch, oder andersrum, und, und, ähm, hören das auf Englisch, um zu sehen, was sie, wie viel sie, sie verstehen, und dann hören es einfach auf Deutsch, und so, ah, okay, aha, ah, Charlemagne ist Karl der Große, Wahnsinn, okay, aha, jetzt check ich das, so war es in der Richtung, ähm, ja, aber tatsächlich, also Deutschstudenten, tatsächlich, weil ich es in zwei Sprachen mache, finden sie irgendwie das raus, und, ähm, hören das, und wenn ich bei den Downloadszahlen gucke, sind, hören Deutsche meine englische Version, und Amerikaner hören meine deutsche Version, was ich nicht erwartet habe, ja, aber, ja, das ist interessant, genau, ja, klasse, ich finde das alles so faszinierend, wie sich das ergibt, und, ja, ähm, wie, wie die, wie die Frage eben, so, was waren die Erwartungen, und, und was hat sich, es ist einfach faszinierend, so, oh, ähm, ich hätte keine Ahnung, dass Leute in Frankreich hören, oder, keine Ahnung, und, es ist schon cool irgendwie, ja, auf jeden Fall. Ja, achso, eine letzte Frage, aber doch, mir fällt immer noch wieder was ein, das Agora Podcast Netzwerk, Was ist das für dich, und was bringt dir das? Ähm, mir persönlich, ich war, also, mit den Gründern von Agora war ich schon vernetzt, und ich glaube, alle von denen habe ich schon mal irgendwie, also, bevor es dieses Netzwerk gab, hangen wir sowieso bei Facebook zusammen in History Podcast, oder eins von diesen Gruppen, und wir haben uns sowieso gegenseitig erwähnt, und das Ganze, das heißt, für mich bringt es nicht unbedingt zu viel, und, und für mich, dazu sowieso nicht, weil ich habe ihr Logo gemacht, ich habe ihr Intro Musik gemacht, und so weiter, aber für, für Neulänge, so neue Podcaster, ist das halt super cool, weil, ähm, wenn sie das Podcast of the Month sind, dann erwähnen sie sofort 20, 30 Podcasts, und die gehen auf Platz 1000 zu Platz 50, also, die, wir geben ihnen einfach eine Chance, wenn sie guten Inhalt haben, dann, oh, okay, das, ich meine, selbst die meisten Podcasts, die ich höre, wie gesagt, sind die, die irgendwo erwähnt wurden, und, ähm, das ist das Gleiche mit Dark Myths, Dark Myths ist einfach ein bisschen, ähm, gelassener, lockerer, und Agora ist so, nein, wir wollen alle bei ACAS sein, damit wir alle Werbung, damit wir als Blog, auch, ähm, Werbe, Werbeleister so, ähm, ähm, anlocken können, und Dark Myths ist eher so gelassen, wir haben, ein paar, die sehr groß sind, und die mit sowas nicht einverstanden wären, und deswegen, so, die verschiedenen Netzwerke sind immer ein bisschen anders, aber, es bringt immer was, auch wenn es nicht so formal, wenn es nicht so, oh, wir sind Agora, Apart, nein, auch wenn es einfach so, hey, ich erwähne dich, und du erwähnst mich, oder hey, sollte man nicht machen, aber, ich gebe dir eine Bewertung bei iTunes, und du gibst mir eine, und, ähm, so helfen wir uns einfach gegenseitig sowieso, und ich glaube, wir hören uns auch gegenseitig, also, ich habe vieles von denen gehört, bevor ich bei denen auf der Show war, oder so, und dann war es halt so, oh, cool, ich bin bei History of the Papacy, oder, oder solche Sachen, und, ähm, es bringt schon was, wie viel es was bringt, also, was so Dollar angeht, bringt es wahrscheinlich nichts, es ist alles eher so, es bringt eine, es, es eröffnet eine Möglichkeit an Sachen in der Zukunft, hoffen wir, das ist so, willst du da mal, willst du da mal mehr draus machen, also, jetzt machst du es ja mehr oder weniger zum Hobby, äh, und noch nicht, genau, aber, also, ich, ich, ich denke mir schon immer so, okay, was fehlt, was, also, was, was müsste ich machen, um das zu machen, und ich habe dieses Jahr eine Firma gegründet, also, es gibt Podcast Nick Productions LLC, in Delaware, natürlich, ähm, und, ich habe eine Firma gegründet, damit man mich auch nicht hier anklagen kann, weil ich wohne ja in Amerika jetzt zur Zeit, ha, 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 und, ähm, und, aber andererseits auch, ja, wenn wir also als Blog vorangehen, vielleicht finden wir jemanden, der wirklich uns Geld gibt für Werbung, und nicht bloß ein paar Dollar oder so, und, ähm, alles kommt auf Zeit drauf an, das heißt, ich kann wahrscheinlich nicht kündigen, aber wenn Pete kündigen könnte, und auf Video-Editing konzentrieren könnte, oder, ähm, ich habe so ein paar Schreiber, Researcher, die hin und wieder was für mich machen, oder lesen, oder schreiben, ähm, aber sehr selten, wenn ich einfach ein bisschen mehr Zeit hätte, oder, oder wenn Geld einkommen, äh, kommen würde, würde ich sagen, okay, dann, hey, lies dieses Ding, oder, äh, guck dieses Dokumentarfilm, und schreib mir ein paar, also ein paar Punkte bloß, und dann weiß ich, wo es, wo es lang geht, und, Träume habe ich, also, ich, ich würde so vieles machen, und ich, ich mache einfach, also, wie gesagt, ich habe, ich habe mit einer Agentur gesprochen, dass sie mich wirklich, dass die dann wirklich Firmen anrufen, und dann sagen, hey, wir haben Podcast Nick Productions, wir so und so und so, und so viele Millionen Downloads, und wir können das vielleicht organisieren, und vielleicht fange ich ein neues Projekt an, mit einem, ähm, mit einem, wie sagt man, mit, mit, mit einer Firma, also, Microsoft zahlt mir, dass ich über Silicon Valley rede, oder keine Ahnung, irgend sowas, würde ich überlegen, also würde ich, würde ich, wenn ich das vollzeitig machen könnte, oder jemand von meinem Team vollzeitig machen könnte, dann würden wir das machen, und dann würden wir natürlich, viel mehr Inhalt so, äh, rausbringen, und ja, das ist der Traum, eines Tages, oh ja. Ja, Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, da bist du am besten aufgehoben, das wird ja funktionieren, schön, ich wünsche dir, genau, ich mache so den Witz, hey, ich bin in Silicon Valley, und ich habe mein Startup gemacht, ich habe meine Firma gegründet, aber, ist natürlich keine Tech-Firma, aber, ja, ja, Träume haben wir alle, das stimmt schon, das stimmt schon, Oh ja, das ist doch schön, das wären, das wären wir Menschen, wenn wir keine Träume hätten, dann wären wir nur Robotniks wahrscheinlich, obwohl, Robotniks, die haben wahrscheinlich Träume gehabt, seinerzeit, also Travis, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses sehr, sehr ausführliche und sehr, sehr schöne Gespräch, also ich habe gerade richtig, das Lachen, das Strahlen in meinem Gesicht verankert, das ist total schön, ich würde aber jetzt so langsam zum Rest der Sendung umschwenken, wir hatten ja vorher darüber gesprochen, du bleibst bei uns, hast du gesagt, oder ist deine Zeit inzwischen abgelaufen, wahrscheinlich nicht? Ich kann noch bleiben, nee, das passt noch, das passt noch, ich habe so ein halbes Auge auf meinen Inbox bei der E-Mail, aber nee, das passt, ich muss aber wahrscheinlich so ein paar Minuten Pause machen und mir noch was zu trinken holen oder so, aber ich komme dann gleich wieder, wenn das okay ist. Das ist völlig okay, jetzt schon mal mit Dank, schicke ich dich in die kurze Pause und wir gehen dann weiter und machen in unserem sogenannten Querbeet weiter und kommen so mehr zu technischen Fragen, so. Sehr cool. Super, nochmal danke und bis gleich. Ja, bis gleich. Was für ein wunderbares Gespräch. Das war übrigens Travis Doe und der macht Amerikaner für euch Podcast oder Podcastnic.com und alles andere findet ihr in den Shownotes für die, die vielleicht später wieder zugeschaltet haben und wir nicht oft genug den Namen gesagt haben. Wir sind aber jetzt im Querbeet gelandet. Das ist der Bereich, wir haben ihn genannt, Soft, Wet und Hardware und alles mögliche darüber hinausgehend und ein Dauerthema in dieser Kategorie ist ja immer Podstock, Podstock 2017, weil Mr. Podstock, der Sebastian, direkt hier an der Quelle sitzt und auch heute hat er wieder Neues aus Podstockhausen mitgebracht. Sebastian, was gibt es denn Neues? Genau und weil es immer etwas Neues im Sendegarten zu berichten gibt, habe ich mir mal gedacht, dann kann man vielleicht daraus einen eigenen Podcast-Feed schnibbeln und das habe ich dann auch umgesetzt und zwar inspiriert vor allem durch den tollen Audio-Trailer, den uns der Martin vom Metacast gebaut hat. habe ich dann also Intro, Outro und einen Trenner gebaut und das Ganze in einem Podcast-Feed verwurstet und den gibt es jetzt unter podcast.podstock.de oder auf podstock.de einfach unter Infos. Da gibt es auch den Link zum Podstock Podcast. Ja, da kann man sich also die Sendung etwas kürzer anhören. Der Sendegarten ist ja doch relativ lang und wir hatten, glaube ich, auch nicht immer durchgehend Kapitelmarken auf das Thema drauf und sondern nur aufs Querbeet und manchmal ist es ja am Anfang, am Ende oder wo auch immer und dann ist es ein bisschen einfacher zu hören und ich habe das auch letztens als Newsletter mal an alle rausgeschickt, dass jetzt alle auch wissen, dass man das in standesgemäßer Form sich anhören kann, was wir so an Neuigkeiten haben. Ja, ich habe da mal reingehört, das funktioniert ziemlich gut. Also diese Ausschnitte stehen tatsächlich gut für sich und da kann man locker folgen und das klappt echt gut. Ja, ja, da hatte ich auch erst so ein bisschen Bedenken, ob das, weil manchmal ist ja doch ein bisschen was aus dem Kontext herausgegriffen, aber es geht doch relativ gut, fand ich jetzt auch und bisher habe ich auch kein negatives Feedback bekommen. Also ich denke, dass, schauen wir mal auf Potsdack, werde ich nochmal rumfragen, ob das jemand wirklich gehört hat und ob das geholfen hat. Nicht nur wir selber, naja, immerhin. Super. Und vielleicht ist das halt auch so ein Ort, wo wir nochmal so eine Sonderfolge, wenn wir jetzt wirklich irgendwas haben, was länger ist, dann kann man das da reinpacken und muss das jetzt nicht im Sendegarten irgendwie ausdehnen. Das soll hier ja auch eher so eine kurze Update-Kategorie sein und dann haben wir da jetzt auch einen Ort für. Genau, mit der Kürze, das können wir ja richtig gut hier. Ja, dann habe ich mir gedacht, dass man vielleicht mittlerweile so schon mal einen groben Fahrplan online stellen sollte. Das habe ich dann auch getan. Das heißt, auf Potsdack.de unter Programm, Fahrplan, findet man jetzt für alle vier Tage so ein bisschen den groben Zeitstrahl, wie das Ganze abläuft. Donnerstag ist halt der Anreisetag, da geht es dann irgendwie so ab 14 Uhr. Ich werde selber versuchen, die Übergabe so um 12 Uhr schon zu machen. Also ab da könnte man theoretisch schon anreisen, wobei es hängt natürlich auch davon, ob ich wirklich pünktlich um 12 Uhr da sein kann. Ich habe ja so fünf bis sechs Stunden Autobahn vor mir, also da kann ja immer so ein bisschen was schief gehen. so dass, ja, 14 Uhr ist einfach so das sichere Zeitfenster, wo ich denke, dass dann so langsam der Aufbau beginnen kann. Und wenn dann alles klappt und wirklich keine großen technischen Probleme auftreten, dann werden wir mal versuchen, irgendwie schon ab 21 Uhr mal so ein bisschen live zu streamen und, ja, einfach die Helfer und Helferinnen zu interviewen, wie denn der Tag so war und uns den Tag ausklingen lassen. Ich habe auch überall so kleine Buttons dran gemacht, wo dran steht, ob etwas live übertragen wird im Programm. Wenn es nicht ganz sicher ist, ist es halt so gelb unterlegt und alles andere ist halt wirklich dann live. Am Freitag kann ich auch mal gerade schnell durchgehen, also 15 Uhr ist die normale Anreise angesetzt. Dann geht das so schwimmend über oder fließend über ins Grillen, also ganz gemütlich. Und irgendwann ab 20 Uhr wollen wir dann so eine offizielle Begrüßungsrunde mal machen, etwas kürzer als letztes Jahr, was die Vorstellungen anging und dann, ja, so ein bisschen Metaprogramm machen. Das wird auf jeden Fall eigentlich live übertragen. Und dann geht es eigentlich schon in den Samstag. Das ist eigentlich so der Tag, wo das Meisterprogramm anfängt. Da ist auch noch am wenigsten gesetzt. Also klar, da kann man sich jetzt einfach mal vorstellen, das, was unter Bühnenschaus, Workshops und Podcast-Tisch so gelistet ist, das wird sich irgendwie zeitlich da wiederfinden. Aber so der grobe Zeitplan ist da halt niedergelegt. Also nach dem Frühstück geht es dann irgendwann um 9 Uhr los und dann abends bis 22 Uhr verteilt über den Tag gibt es dann Bühnenprogramm. Ja, und am Sonntag lassen wir es eigentlich ganz ruhig angehen. Irgendwann um 10 werden wir uns da wieder auf die Bühne setzen und dann mal das ganze Revue passieren lassen und uns mal anhören, was es so an Fiep-Gag gibt. Und dann irgendwann um halb eins werden wir dann auch den Abbau schon beginnen. Ja, das wäre so, dass das gesamte 3- oder 4-Tage-Programm je nachdem mal zusammengefasst in Kürze, damit man auch so eine Vorstellung entwickelt, wie das Ganze zeitlich abläuft. Dann habe ich, dann gab es im, ich hatte ja letztes Mal den Workshop von mir noch vorgestellt, wo es um Podcast-Equipment-Löten ging. Da gab es dann im Sendegate Feedback dazu, dass man sich doch wünschen würde vielleicht, ob es nicht eine Möglichkeit geben würde, dieses Equipment vielleicht gegen eine kleine Spende für Potsdok irgendwie zu erhalten. Selbst wenn man nicht teilnehmen kann, das habe ich dann tatsächlich zugelassen und ja, habe auch so eine generelle Spendenkategorie einfach bei den Tickets eingeführt. Also wer jetzt irgendwie nicht kommen kann, aber irgendwie das Event so toll findet und vielleicht live zuhören möchte und sagt, ich werfe gerne was in den Hut, dass die Möglichkeit existiert jetzt auch. Und das war es dann eigentlich auch schon zu den Potsdok-Updates. Potsdok hat jetzt einen Hut auf. Sehr schön. Ja, die Vorbereitungen auf Potsdok laufen ja allen Teilen. Ich sehe gerade hier, dass der liebe Lars am Teleskop bastelt, was er mitbringen will. Ja, genau. Ja, super. Deswegen hat er uns die Termine auch vorher eingesprochen, sonst hätten wir ihn ja quasi live in der Sendung haben können. Aber wenn er am Teleskop basteln muss, dann geht das natürlich nicht. Ist klar. Sehr schön. Also Potsdok kommt immer näher. Moment, ich habe doch hier so einen Counter. Wie viele Tage sind es noch? Ach nee, das ist das andere Handy. Irgendwas mit 80 kann das sein? Das lässt du aber wissen hier. Vielleicht habe ich auch was Falsches eingestellt. Aber hier sind es, oh, 62 nur noch. Vielleicht sind es aber auch 63 oder 61. Ich weiß nicht genau, welchen Tag ich das hier eingesetzt habe. Aber es sind gerade mal zwei Monate. Ja. Jawohl. Das geht jetzt Schlag auf Schlag. Also es kommt immer näher. Das stimmt. Falls noch jemand jemanden kennt, der interessiert sein könnte an so etwas, bitte frühzeitig Ticket kaufen, damit eine gewisse Planungsgrundlage, zum Beispiel zum Einkaufen von Essen oder sowas da ist. Das hilft immer, wenn man schon mal weiß, wie viele Leute da sein könnten. Genau. Ach so, da kann ich noch so sagen, also wir sind jetzt mit knapp über 50 angewachsen, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Also es haben doch nochmal jetzt wieder so eine kleine Runde bestellt und es wächst jetzt anscheinend wieder so ein bisschen. Okay, okay. Aber 50 ist ja schon ein richtig schöner Kreis. Damit kann man ja sich schon richtig gestalten. Das ist gut. Ja. Prima. Dann kommen wir zum nächsten Thema, was auch du mitgebracht hast, nämlich der Podlove Publisher 2.6. Da sprachen wir ja gerade von mit dem Travis über den Podlove Publisher. Was ist denn bei 2.6? Was hat es denn damit auf sich? Genau, da sind wieder einige Funktionen dazugekommen. Mittlerweile ist ja Podlove beim Publisher dazu übergegangen, sowieso etwas schneller die Releases rauszuhauen. Also immer wenn es irgendwie so ein kleines Bündel an Features gibt, dann wird das schon released jetzt. und diesmal enthalten ist darin zum Beispiel E-Bail-Benachrichtungen für die Kontributoren. Sprich, also wenn, das war glaube ich häufig mal so ein angefragtes Ding, wenn man irgendwie einen Gast oder eine Gästin hatte, dass die dann gefragt hat, ja, kannst du mich vielleicht informieren, wenn dieser Podcast auch erscheint, damit ich mir den nochmal anhören kann oder halt auch ein bisschen Werbung damit machen kann. Und ja, da gibt es jetzt einfach die Möglichkeit, auch ein Template zu setzen und auch zu setzen, wann die Benachrichtigung rausgehen soll. Also da kann man auch so einen Timer noch hinterlegen mit so einem Delay, also einer Verzögerung, falls man noch irgendwie Metadaten oder so ändert, dass nicht gleich sofort eine E-Mail erzeugt wird. Und da irgendwie dann gesagt wird, oh, da war ja jetzt noch nichts veröffentlicht oder da waren irgendwelche falschen Daten drin, dann kann man da sicher auch nochmal ein bisschen Zeit lassen, dass man selber das nochmal Korrektur lesen kann, bevor dann wirklich eine E-Mail rausgeht an die anderen Kontributoren. Ja, da ist auch nochmal Feedback erwünscht und ich glaube, mich auch zu erinnern, dass, glaube ich, auch mal so eine generelle E-Mail-Benachrichtung für auch Hörer und Hörerinnen geplant war oder angedacht war. Vielleicht ist das so ein erster Schritt in diese Richtung. Da weiß ich jetzt nichts Genaueres, aber das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man da jetzt erstmal so einen kleinen Einstieg findet und dann mal schaut, wie gut das Ganze funktioniert. Dann, ja, gibt es was ganz Neues, nämlich vom Podlove-Web-Player. Der ist nämlich jetzt in einer Alpha-Version in der Version 4 erschienen und auch gleich mit beim Publisher dabei, sodass man jetzt, man hatte ja den klassischen Player, den in der Version 2 und dann gab es ja diesen Dreier-Player, der so halbfertig nur wurde und leider nicht ganz zu Ende implementiert werden konnte. Und, ja, dann hat man sich allerdings nochmal so ein Team gefunden. Da ist zum Beispiel der Alexander Heimbuch und der Markus Stur sehr aktiv gewesen, die dann also jetzt einen neuen Web-Player gebaut haben. Und, ja, den kann man jetzt schon mal antesten. Und da ist natürlich auch Feedback erwünscht, also das wird vermutlich der neue Standard-Player dann irgendwann mal werden, sobald das, alle Bugs ausgemärzt sind. Ja. Die kann man dann wieder unter den Expert-Settings umstellen, so wie den anderen A, okay. Genau, richtig. Genau, da, wo man auch den Podge-Player auswählen kann, also da gibt es ja mittlerweile eine ganze Auswahlmöglichkeit an, an Playern, die man jetzt für seinen Podcast benutzen kann. Dann gibt es auch allgemeine Template-Verbesserungen. Und dieser Subscribe-Button, der normalerweise dabei ist, der wird ja in der Regel über so ein sogenanntes Content-Delivery-Network ausgeliefert. Das heißt, die Dateien, also JavaScript und CSS-Dateien und Bild und solche Sachen, die werden quasi nicht vom eigenen Server ausgeliefert, sondern vom Podlove-Projekt-Server, der das quasi auch so ein bisschen besser verteilt und halt geografisch besser zuordnet. Das heißt also, wenn jetzt jemand aus den USA diesen Subscribe-Button herunterlädt oder vielmehr die, ja, die dazugehörigen Dateien, die notwendig sind für diesen Subscribe-Button, der kriegt das dann also nicht von einem Server, der in Deutschland steht, sondern vermutlich von einem Server, der halt näher geografisch an ihm dran ist. Und das kann man aber durchaus mal abschalten. Das ist vielleicht für den einen oder anderen sinnvoll, der das halt mehr unter der eigenen Kontrolle haben will. Also das ist jetzt auch möglich. Und vermutlich auch unter den Expert-Settings, nehme ich mal an. Habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut. Und ansonsten gibt es halt auch noch diverse Bug-Fixes. Unter anderem zum Beispiel ist es jetzt auch wirklich möglich, da hat mich der Lars auch noch einmal darauf hingewiesen, dass man Kapitelmarken aus den Hindenburg-Projekt-Dateien heraus lesen kann, automatisch, sodass man die nicht irgendwie manuell übernehmen muss. Super, das geht immer weiter. Obwohl, wenn ich immer so höre, was da so an speziellen Geschichten, zum Beispiel so Content-Delivery-Netwerk-CDN, kann ich aber auch abschalten oder so? Ja, nee, kann ich nicht. Also bin ich zu doof. Nee, das ist ja automatisch. Also du kannst es abschalten, dann wird es ja von deinem Server ausgeliefert. Das ist der Hintergrund. Ja, ich denke manchmal so, make it easy. Und dann kommen die Nerds daher und dann bauen sie halt doch wieder eine Million Funktionen ein. Und ich stehe dann da und denke, ich muss doch eigentlich nur einen Knopf haben und nicht zehn Möglichkeiten. Aber ich verstehe euch so gut. Ich verstehe euch so gut. Ja, ich glaube, das ist auch eine Anforderung, die von außen wahrscheinlich dazu getragen wurde, weil der eine oder andere sich das vielleicht gewünscht hat. Also manchmal macht das vielleicht durchaus Sinn. Ja, alles macht Sinn, ganz klar. Also es ist ja nichts, fällt ja nichts vom Himmel oder ist unbegründet. Nur so die ursprüngliche Idee, wir machen es ganz einfach und es ist alles ganz einfach gegeben. Es wird dann so ein bisschen konterkariert manchmal. Oder es fühlt sich so an, als würde es konterkariert. Ich weiß nicht. Komplizierte Interfaces sind toll, weil sonst hätte ich ja keine Arbeit. Also umso schwieriger zu lernen. Ach, du schreibst die Handbücher für Podlove. Das ist gut. Ach so, apropos Handbücher. Das kann man auch noch im Nebensatz erwähnen. Das haben die meisten wahrscheinlich schon mitbekommen, weil das ist so quasi zwischendurch mal rausgekommen, dass jetzt Podlove auch mit deutschen Übersetzungen dabei ist. Also irgendwann haben viele wahrscheinlich irgendwie mal gemerkt, dass plötzlich alles in Deutsch auch übersetzt ist, weil das ist irgendwie so zwischendurch ohne großes Release. einfach passiert. Ach so. Ich glaube, ich kannte es erst in Deutsch, weil ich habe über Podlove.sü über die deutsche Szene kennengelernt, dass es ein deutsches Link war und mein WordPress-Plugin war, glaube ich, ja, also ich glaube, Podlove war für mich immer deutsch. Komischerweise. Okay, nee, also müsste eigentlich am Anfang noch Englisch alles gewesen sein. und irgendwann jetzt... Es kommt darauf an, wann ich es letztes Mal angeguckt habe oder wie lange ich es nicht angeguckt habe. Ich glaube, in den letzten vier Wochen ist das erst passiert mit den deutschen Übersetzungen. Ah, okay. Das kann auch sein, dass ich, ja, ja, das kann dann sein, dass ich es vor ein paar Wochen gecheckt habe. Ja, ja. Ah, dann habe ich aber trotzdem irgendwo eine Einstellung drin, dass ich irgendwie Deutsch möchte oder dass ich irgendwie in Deutschland bin oder irgend so. Das passiert mir schon öfters, aber, ja. Ja, ja, das ist auch, ja, das ist auch immer ein bisschen schwierig. Das hängt ja von den lokalen Spracheinstellungen und so weiter ab, was der Browser dann mitgibt und ja. Genau, man kann auch meistens... Genau, irgendein, ja, ja, ja. Google weiß zu viel. Ja, Tante Google weiß sehr viel, genau. Benutzt du, Travis, auf Phonik? Machst du sowas, so Soundveredelung? Nein, ich kenne das. Das wurde mir mal, ich glaube, jemand hat mir das vorgeschlagen. Oh, von Sneakpod hat mir das jemand... Ich glaube, ich habe das einmal sogar vielleicht angeguckt oder installiert. Ist das einfach ein Netzding? Ich weiß es nicht mehr. Das funktioniert mit irgendwas, also als Plugin auch, oder? Also es gibt... Oder andersrum. Es gibt einen Reaper-Plugin für das oder irgend so was. Nee, das ist nochmal was anderes. Aber es gibt einmal... Audio-Phonik. Auch Phonik. Das gibt einmal als Web-Interface. Das heißt, da kannst du die Daten einfach hochladen und dann macht der Dinge mit Magie auf dem Audio, dass das besser klingt und halt Noise-Reduction, Leveling und solche Geschichten. Ah, okay. Und das wird dann halt immer pro Stunde bezahlt, beziehungsweise man kann auch Kontingente buchen. Und es gibt, und darauf wollen wir jetzt gerade hinaus, eine neue Version der Desktop-Apps. Da gibt es zwei verschiedene Varianten, einmal den reinen Leveler und einmal die Multitrack-Variante. Und da sind für beide Updates erschienen, wo es auch neue Funktionen gibt. Die kann man fest kaufen. Also da zahlt man dann nicht mehr irgendwie pro Stunde einen Preis, sondern installiert sich die einfach lokal und kann dann so oft man will seine Dateien da durchjagen. Da sind unter anderem als Änderungen angegeben, dass es halt verbesserte Filteralgorithmen für asymmetrische Wellenformen gibt. Das heißt, das kann manchmal ganz sinnvoll sein, wenn halt so eine Wellenform halt zum Beispiel in eine Richtung weiter ausschlägt, dann kann das halt mit dem Limiter ein bisschen schwierig werden. Ist in der Regel gar nicht so schlimm, aber ja, da gibt es also so Detailverbesserungen. Dann auch die Noise, also die Hintergrundgeräusche und Ähnliches, das wird auch besser jetzt reduziert in den Desktop-Varianten. Dann ist auch wohl viel aus dem, also viel Erfahrungsmaterial, was quasi im Web, also das ist eigentlich vermutlich auch die größte Stelle, wo Georg, der Hauptentwickler, auch Material bekommt an Feedback. Und das ist auch alles nochmal mit in diese Desktop-Apps geflossen. Dann hat der Timo Hetzel noch den Wunsch gehabt, dass es halt Desktop-Notifications gibt, wenn etwas zu Ende berechnet worden ist. Dann gibt es auch nochmal einen verbesserten Differing-Modus. Also Differing bedeutet in der Audio-Technik, wenn man zum Beispiel jetzt die Bitrate von 32 auf 24 Bit oder so das Audio-Material herunterrechnen muss, dann kann es einfach passieren, je nachdem, was für einen Eukorhythmus benutzt, dass man an der Qualität so ein bisschen entscheiden kann, indem man zum Beispiel beim Runden die Nachkommastellen einfach weglässt. Dann kann man sich vorstellen, dass es dann halt ungenauer wird. Oder man nimmt die halt mit dazu, dann ist es halt ein bisschen aufwendiger, aber dann ist die Qualität halt besser. Und genau das ist ja passiert, dass halt also die Qualität einfach der Algorithmen durch etwas genauere Abbildungen besser geworden sind, wenn das Audio-Material in der Bitrate angepasst werden muss. Ja, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen, was da an Neuerungen ansteht und gibt es zum Download auf der Webseite und kann man sich dann mal rantasten, ob das was für einen ist. Ja, also ich benutze die schon auch, die Desktop-Varianten und ich hatte den Georg mal gefragt, ob das von der Qualität identisch wäre und er sagte, ja, ja, das sind dieselben Algorithmen. Aber ich habe immer den Eindruck, dass die Desktop-Variante ein klein bisschen hinterherhinkt, hinter der Web-Applikation. Also wenn ich mir manchmal hier so den Sendegarten beispielsweise in meinem Mitschnitt einfach mal so da durchjage, damit ich am nächsten Tag einfach mal einigermaßen ausgewogen hören kann und nicht so diese ganzen Lautstärkungunterschiede habe, dann ist das nochmal was anderes, als wenn der dann final hinterher über Auphonic-Webdienst ausgespielt wird. Das ist dann nochmal eine Spur besser, muss ich sagen. Aber ich bin gespannt, wie sich das jetzt darstellt. wird sofort, wird sofort meinen Desktop austauschen. Ja, also klar, Georg kann natürlich an dem Web-Dienst natürlich viel schneller Änderungen einfließen lassen als an diese Desktop-Apps, weil da gibt es dann halt irgendwie ein, zwei Mal oder so, ich habe das jetzt nicht im Auge, einen Release pro Jahr und bei den Web-Geschichten kann er halt jeden Tag irgendwas verbessern und anpassen, wenn er merkt, dass da irgendwas schiefläuft oder nicht so rund läuft, wie das sein könnte, müsste. Ja, okay, auf jeden Fall immer wieder toll und ich bin so froh, dass es Aufruhen die gibt, das kann ich euch gar nicht sagen. Gut, dann sind wir durch unsere technischen Aspekte schon durch, das ging ja so schnell, mein lieber Mann, ich habe gedacht, wir hätten viel mehr. Okay, dann kommen wir zu den nächsten Terminen, die anstehen, das ist nämlich unserem Blühkalender. Und wie schon in der letzten Episode hat sich der Lars, der Sasticle, diesmal auch wieder hingesetzt und hat uns die Termine eingesprochen. Ganz herzlichen Dank dafür und hier sind die Termine der kommenden Monate. Moin in den Sendegarten. Heute melde ich mich mal aus meinem Studio, denn draußen ist es furchtbar ungemütlich und es stürmt und ihr sollt ja noch was verstehen. Hier sind die Podcast-Termine der nächsten Zeit bis August. Quelle ist das Termin-Wiki im Sendegate wie immer. Los geht's am Freitag, den 16. Juni. Da ist der Stammtisch des Podcast-Meetup in München. Das Treffen richtet sich an Podcaster, Podcast-Hörer und natürlich sind Interessierte herzlich willkommen. Thematisch geht es um alles, was mit Podcasten zu tun hat. Beginn ist um 19 Uhr. Bei gutem Wetter soll der Stammtisch im Aumeister-Biergarten stattfinden, ansonsten im Stammlokal. Am 1. Juli ist der Day of the Podcast, ein Event, an dem den ganzen Tag gepodcastet wird, und zwar solange es geht live am Stück. Dabei sind Gäste willkommen, die dürfen auch mitmachen, egal ob sie schon gepodcastet haben oder nicht. Und auch einfache Zaungäste sind herzlich willkommen. Wenn man seinen Podcast dort aufnehmen möchte, im Rahmen des Day of the Podcast ist das auch kein Problem. Es wird, wie gesagt, live gestreamt und später gibt es auch noch eine Konserve. Das Ganze findet statt bei Kiez FM in Berlin. Weitere Infos gibt es unter dayofthepodcast.de. Am 3. Juli ist dann schon der nächste Stammtisch des Podcast-Meetup München. Wie gerade schon erwähnt, jeder oder jede Podcast-Interessierte ist dort willkommen. Beginn ist wieder um 19 Uhr. Der Veranstaltungsort steht dafür noch nicht fest. Bei gutem Wetter soll es aber vermutlich ein Biergarten sein. Dann gibt es noch den Pot-Appler-Stammtisch. Und dieses Mal wird gegrillt. Das Ganze findet statt am 6. Juli ab 19 Uhr bei Mönus & Friends vom Presswerk-Cast. Zumindest verstehe ich den Eintrag so. Den Pot-Ruhr-Stammtisch mit Hörertreffen gibt es auch wieder. Der ist am 7. Juli. Wieder im Unperfekthaus in Essen. Bei gutem Wetter trifft man sich auf der Dachterrasse. Bei schlechtem Wetter im Wintergarten. Anfang ist um 19 Uhr. Dann gibt es das Podcaster-Barbecue. Am 22. Juli. Beginn ist um 18 Uhr. Und der Veranstaltungsort ist die Tanzschule Thiele in Schwerte bei Dortmund. Am nächsten Morgen bzw. Mittag gibt es dann auch noch einen Brunch. Nämlich von 10 bis 14 Uhr im Café Solo beim Phönixsee. Weitere Infos gibt es auf der Facebook-Seite vom Podcaster-Barbecue. Und auch dieses Mal zum Schluss eine Veranstaltung im August. Nämlich das Podstock, eine Mischung aus Podcast, Festival und Barcamp. Das findet statt vom 11. bis zum 13. August. Wer möchte, kann auch zum 11. Tag anreisen. Also am 10. August, einen Tag eher. Alle Infos, das vorläufige Programm und die Ticketbuchung gibt es unter podstock.de. Das wären soweit die Veranstaltungen aus dem Sendegate-Veranstaltungskalender. Ich grüße in den Sendegarten. Schönen Abend. Ganz herzlichen Dank, Lars. Das ist toll. Und die Becci hat gerade schon bemerkt im Chat. Ja, ich habe, wenn du das machst, Freiheiten hier endlich auch mal im Chat. Beziehungsweise hier unseren Twitter-Kanal ein bisschen zu bespielen. Ja, das gibt mir Freiheiten. Das ist total schön. Dankeschön, Lars, noch einmal. Aber der Sebastian möchte noch was ergänzen. Der weiß noch mehr als wir. Sag mal. Ja, das wurde anscheinend nicht richtig in den Kalender eingetragen. Auch nur ein kurzer Hinweis. Es findet die Hack & Make in Nürnberg statt. Vom 23. bis zum 25.06. Und ja, da gibt es auch einen Podcast-Workshop, an dem man teilnehmen kann oder halt mitmachen kann. Details dazu auf der Hack & Make-Webseite unter hackmake.de. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Ach-Podcast, der nachher bei den Blütschätzen eine Rolle spielt, ist der auch an dem Tag da. Ich glaube, ich habe das in der letzten Folge, oder an den Tagen da, ich habe das in der letzten Folge irgendwie gehört, dass die dann da sind. Also wer die mal kennenlernen möchte, das wäre eine gute Gelegenheit. Gut, ach so, und dann sagen wir nochmal, unser Gast, Travis Doe, ist im Oktober am 27. in Nürnberg und am 31.10. in Wittenberg und am 1.11. in Berlin anzutreffen. Also wer immer sich mal mit ihm face-to-face zusammensetzen möchte, das wäre eine sehr gute Gelegenheit dafür. Ich würde mich freuen. Yay! Klasse. Gut, dann haben wir das, alle Termine in der Tüte und kommen zu unseren Setzlingen. So, der Disclaimer. Setzlinge sind eine völlig subjektive und wertfreie Auswahl, willkürlich und überwiegend durch den Zufall bestimmt. Damit das mal klar ist. Das trifft im ersten Fall schon nicht zu. Das ist tatsächlich ein Podcast, der sofort ins Auge gefallen ist. Und zwar gibt es jetzt, jetzt wird jemand ganz nervös werden, den ersten Fan-Podcast der Insel Puerto Partida. Der erste FCPP. Es ist kein Fußballverein, wie ich ursprünglich gedacht habe, sondern die Becky, die wir unter Gender-Beitrag kennen, hat sich mit der Kati, die unter Catch-Kati bekannt ist, zusammengesetzt und bauen einen Fan-Podcast zur Puerto Partida Rätselrollenspiel zum Angebot. Also Puerto Partida, für alle, die das nicht kennen, das ist so ein Kooperationsprojekt, wo ein Mitspieler, ein Kandidat, über eine virtuelle Insel Aufgaben lösen muss, um auch Bürger dieser Insel zu werden. Und alle anderen, die bereits Bürger geworden sind auf diese Art und Weise, spielen dort Rollen, Antworten auf Fragen und sind halt Charaktere auf dieser Insel. Und das gibt dem Ganzen eine sehr große, eine ziemlich große Fan-Base und natürlich auch eine ziemlich große Vielfalt an Charakteren. Und die Becky und die Kati haben gesagt, also das müssen wir jetzt mal mit einem Fan-Projekt begleiten. Das ist sozusagen der erste Podcast, der einen eigenen Fan-Podcast hat. Und was die beiden sich dabei so denken, das hören wir mal eben hier selber rein. Da hören wir mal eben selber rein. So, dann fangen wir mal an, was? Ja, was? Verstehen Sie? Verstehen Sie? Los geht's! Ja, da sind wir, man fasst es nicht. Wir haben es geschafft und sind heute online mit der Nullo Numbro von dem 1. FCPP. Hi, Kati. Hi, Becky. Ich freue mich. Ich freue mich auch total. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich richtig, richtig doll, dass es jetzt losgeht. Ja, aber Aufregung gehört ja zu allem, was rund um Pertu Partida passiert, doch dazu. Genau. Es wäre komisch, wenn wir nicht aufgeregt wären. Total. Zumal ja heute, also der Tag, an dem dieser Podcast erscheinen wird, ein besonderes Datum ist. Oh ja. Ihr denkt euch jetzt 7.6., hä? Besonderes Datum? Also vielleicht hat der eine oder die andere von euch Geburtstag an diesem Tag. Herzlichen Glückwunsch. Wir feiern auch einen Geburtstag. Ja, herzlichen Glückwunsch, Pertu Partida. Zwei Jahre gibt es jetzt diesen Podcast, der unser aller Leben so zyanisiert oder wie auch immer man es nennen möchte. Am 7.6.2015 erschien tatsächlich die erste Folge Pertu Partida mit Stefan Proksch. Und da dachten wir, das wäre doch der perfekte Tag für den Launch unseres Fan-Podcasts. Genau. Ja, das ist eine kleine Überraschung. Ich glaube, vom Pertu Partida-Team sind die meisten noch uneingeweiht und erfahren jetzt gerade das erste Mal, dass es losgeht. Ja, ein paar haben uns dankenswerterweise unterstützt, die die Pertu Partida kennen, haben ihn sicher im Intro erkannt. Das war der Stefan, der den Reiseführertext spricht, der Stefan Baumann. Genau. Und den Musikzusammenschnitt, den hat der Tim Süß gemacht, der für den Schnitt bei Pertu Partida zuständig ist. Aber das waren die einzigen, die wir eingeweiht haben. Genau. Ja, jetzt werdet ihr denken, Fan-Podcast für einen Podcast? Ist irgendwie, habt ihr noch nichts von gehört? Nee, wir auch nicht. Also wir haben uns mal ein bisschen erkundigt bei den, nennen wir sie Experten und Expertinnen in der deutschen Podcast-Ultras-Landschaft. Ob es denn sowas schon gäbe im deutschsprachigen Raum, einen Fan-Podcast für einen Podcast? Und uns ist bisher nichts untergekommen. Das heißt, wir werden uns jetzt so lange erster deutschsprachiger Podcast-Fan-Podcast nennen können, bis jemand anderes uns das Gegenteil beweist. Genau. Und das ist ein super Projekt. Das ist witzig. Ja, bitte schon reingehört, was zu sagen? Ja, also kann ich auch nur sagen. Also die erste Folge macht Lust auf mehr und ich freue mich dann auch, das Rahmenprogramm, da quasi Begleitprogramm zur Pertu Partida zu haben, ja. Genau, immer an den Tagen, an den Wochentagen, wo der eigentliche, die neue Folge nicht kommt. Die kommt ja alle 14 Tage, da wollen die beiden dann irgendwie dazwischen sozusagen, dass man immer ein bisschen Pertu Partida oder ein bisschen zyanistisches Material hat, damit man über die Woche kommt. So habe ich das verstanden. Sehr, sehr schön. Ja, alles Gute dabei und ja, Becky ist ja eine unserer treuen Hörerinnen und Chatterinnen hier. Mal gucken, ob die Buchstaben gerade rot anlaufen. Also nicht vom Blut, sondern weil sie sich halt freut. So, das meine ich nicht, dass ich falsch verstanden werde. Okay, dann haben wir noch einen mitgebracht und zwar, wo wir ja gerade bei den Geschichtspodcast sind. Es gibt ja den Geschichtspodcast Zeitsprung FM. Die immer über Geschichten aus der Geschichte sprechen. Das ist der Daniel Meßner zusammen mit dem Richard Hämmer. Er hat einen eigenen Podcast gestartet. Den kennen wir ja unter Stormgrase, den Richard, auf Twitter. Und zwar nennt sich der The Self-Hosted Web. Und wenn ich das richtig verstanden habe, es ist in Englisch, da muss ich ja mal gucken. Dann geht es darum, dass viele Sachen, die man als Dienstleistung sozusagen in Anspruch nimmt, weil es eben so eine Einklicklösung ist und irgendwas einem sehr einfach gemacht wird, werden immer auch den Nachteil haben, dass mit den Daten, die man da ablegt, dann doch irgendwas angestellt wird. Und er gibt zumindest Anregungen und Tipps, wie man vielleicht den einen oder anderen Dienst, den man benutzt, durch eigene Techniken ersetzen kann, die man selber eben hostet. Da kommt dann der Name her, das Self-Hosted Web. Und er erklärt das in der Null-Folge oder in der ersten Folge auch inhaltlich ein bisschen, wo wir jetzt mal reinhören. Welcome to the Self-Hosted Web.org podcast. My name is Richard Hemmer. So what is this all about? Well, if you're like me, you use the web quite extensively. You write emails, you post pictures, you publish texts, or use Twitter more than you probably should. Most of the tools we nowadays use to do these things are created and especially hosted by third-party companies. Instagram, Facebook, Gmail, right? And while these are really convenient and easy to use, they do have this one huge downside. You are not in control. All the data, the texts, the images, the discussions, they're yours, but they're also theirs. I don't know how many terms of services you've read before you checked the box that said you have, but what's usually in those is that you give those companies the right to use your data for whatever reason they see fit. And it's sort of legitimate. You get to use this service for free, mostly, and in return they take your texts, images, data, and profit from it. At some point, though, you might want to step back and try to see whether there are ways for you to create all these things, enjoy the benefits of a connected internet, without giving up your data and offer new privacy for this one bit of convenience. That's where the self-hosted web comes in. I created this website about five years ago with the intent of showcasing software that you can install on your own server or your own web space to replace not all, but at least some of the hosted services you'd usually use. And while it's never as easy as entering an email address and picking a password to sign up, there's already a lot of great, often free, and open-source software out there. This podcast will be about this kind of software. In each episode, I will be describing software that should help you become more self-sufficient or when it comes to the tools you're using to publish or communicate on the web. I'll try to throw in some advice on which service to use, how to set them up and what to look out for as we go along. So, da haben wir gehört den Richard Hemmer, der uns erklärt hat, wie man mit eigenen Möglichkeiten und eigenen Tools sozusagen auf seiner eigenen Webseite gewisse Funktionen ersetzen kann, die man sich sonst bei Anbietern mit einem Klick erwerben kann, aber auch immer mit der Gefahr, dass man seine eigenen Daten dabei abgeben muss. Nur schade, dass es Englisch war, sonst hätte ich das halt verstanden, aber... Du hast doch sicherlich keinerlei Schwierigkeiten damit gehabt, oder? Oder ist das zu österreichisch gewesen? Nein, nein, das war wirklich gutes Englisch eigentlich. Ja, guck, eigentlich. Immer diese kleinen Einschränkungen. Gut, gut, dass du mein Englisch nicht hörst. Das ist mir recht. Ich bin so froh, dass wir Deutsch miteinander reden können. Also, das kann ich dir gar nicht sagen. Dann starte ich hier bei 3, 2, 1. Herzlich willkommen zur allerersten Folge des Nachgefragt-Podcasts. Mein Name ist Michaela Voth und ich freue mich, euch ganz herzlich zum ersten skeptischen Talk begrüßen zu dürfen. Die Idee des Podcasts ist, dass ich mir immer ein Thema raussuche, ein bisschen was zur Wissenschaftskommunikation oder ein skeptisches Thema, Verschwörungstheorien, dass ich mir zu dem Thema immer einen Experten einlade, der mit mir ein paar Fragen beantwortet, das Thema ein bisschen durchspricht und dass wir mal schauen, worum es eigentlich in dem Thema geht. Jetzt in der ersten Folge möchte ich, wie in vielen Podcasts, zuerst einen Überblick darüber geben, warum ich wissenschaftlich-kritisches Denken für wichtig halte und warum Skeptizismus für die Gesellschaft relevant ist. Ich dachte mir, dass das aber alleine ein bisschen langweilig ist. Deswegen habe ich mir schon für die erste Folge einen Gast eingeladen. Heute ist bei mir Caroline Snyders. Hallo. Als ich mir überlegt habe, wen ich für meine erste Folge einlade, war mir eigentlich schon klar, dass ich Caro einladen werde. Wir machen seit vielen Jahren zusammen für die GWOP skeptische Arbeit. Sie ist jetzt auch seit letztem Jahr im Vorstand und deswegen halte ich sie für eine sehr gute Wahl für die erste Folge. Aber vielleicht möchtest du erstmal selber was zu dir sagen, wer du bist, was du so machst. Ja, also mein Name wurde ja schon genannt. Ich bin Caroline Snyders. Ich bin 2008 nach meinem Abitur nach Hamburg gezogen und habe dann hier zunächst Gebärdensprachen studiert, dann nach meinem Abschluss nochmal den Gebärdensprachdolmetscher drangehangen und studiere aktuell den Master in Soziologie, also so dieses ganze Universitäre. Da habe ich schon einen Narren dran gefressen und habe parallel dann angefangen, 2012 mich im Rahmen der GWOP zu engagieren und habe mich, wenn man so will, hoch engagiert, bis ich dann jetzt vergangenes Jahr in den Vorstand gewählt wurde und da bin ich ganz, ganz stolz drüber. Genau, wir haben also gehört den Nachgefragt Podcast. Das ist ein neues Angebot von Michaela Voth und das ist eine Physikerin, die unter anderem auch in der Sternwarte in Hamburg gearbeitet hat mit Schwerpunkten theoretischer Astrophysik, Plasmaphysik, Kern- und Teilchenphysik, also eine Hardcore-Naturwissenschaftlerin, die sich aber hier über im Rahmen der GWOP den Parawissenschaften und der Erklärung der ungewöhnlichen Phänomene zuwendet und einfach mal nachfragt in ihrem Nachgefragt Podcast. Okay, das waren jetzt unsere Setzlinge, vielleicht in der Reihenfolge ein bisschen wirr, aber naja, was soll's. Das wird der Schnitt schon wieder rausholen. Das kriegt der Schnitt wieder raus und das machen wir alles wieder schön. Wir kommen dann ans Ende unserer Sendung und kommen zu den Sachen, die uns besonders aufgefallen sind, die uns besonders irgendwie, ja, belustigt haben oder zum Nachdenken gebracht haben, nämlich, das sind unsere Blütenschätze. So, und ich hab vorhin den Travis gefragt, ob er sowas hätte für uns und er sagte, ja, da hat er was. Da frag ich jetzt nochmal. Travis, was hast du denn an Blütenschatz? Ich hab was und ich will jetzt nichts Falsches sagen, deswegen guck ich nochmal kurz bei Facebook und zwar, das ist das Podcast, äh, es ist ein englisches Podcast, es ist When Diplomacy Fails, das ist eigentlich ein Irre, ähm, von meinem Netzwerk, von Agora, aber ich, also, wir kennen uns schon ewig, aber der hat so ein, der hat, ich glaub, der hat eine Fünf-Jahre-Feier, muss es gewesen sein, Fünf-Jahre, glaub ich, und dann hat der, also, ich wusste davon, weil ich, weil ich beteiligt war irgendwie, also, er hat irgendwie, ähm, Dutzend Gäste und hat dann für, ich glaub, 30 Tage, das guck ich gerade, Tag, also, er ist gerade bei Tag zehn, aber 30 Tage oder 40 Tage hintereinander macht er eine Folge über, und, und, also, es ist ein ziemlich ausführlicher, ähm, so Geschichtspodcast, When Diplomacy Failed, also, wenn Diplomatie irgendwie nicht mehr funktioniert, das heißt, was ist vor dem Kriegen passiert, also, was ist, was ist zu den Kriegen, äh, was hat zu den Kriegen geführt, und das ist halt seine Show und das macht er schon ewig und das macht er sehr gut und, ähm, ich war als Gast, ich glaub, meine Folge kam schon, ich hab über Preußen gesprochen, glaub ich, Bismarck vielleicht, ähm, glaub, ja, glaub, das war Bismarck und, ähm, aber das war halt eins von 30, eins von 40 von, und das war einfach so ein super Projekt, wir sind gerade in der Mitte davon, es fing irgendwie, ähm, in, ab, in Mai an schon und es ist immer noch nicht fertig und, ja, einfach täglich eine Folge über, wenn man Englisch versteht, ähm, das ist von Zach Twomley, der ist sowieso, also, top shelf, super History Podcaster und, ähm, das ist, also, ich arbeite viel, ich, ich glaube, ich bring viel Inhalt raus, aber das war halt schon eine Nummer, so viel, ja, also, tägliche Show von dieser Qualität und mit Gästen und so weiter, also, hat Monate dran gearbeitet und, jep, jetzt ist, jetzt ist es, ist es halt soweit, das ist sehr cool. Klingt total spannend, super, vielen, vielen Dank, klasse, da muss man gleich mal rein und der Laster hat auch schon den Link daraus gesucht, ähm, wenn, bei acast.com slash when diplomacy fällt und einem Wort zusammen, genau, super, dankeschön. Sebastian, hast du auch was? Äh, ich glaube, ich habe diesmal nichts, also, ich könnte höchstens noch den Poetopatida-Fan-Podcast nochmal nennen, aber, äh, ansonsten ist mir jetzt, glaube ich, nee, wüsste ich jetzt keinen, der mir so einfällt, spontan. Okay, ich habe mal wieder sehr gelacht über What's in your pants, äh, das war wieder so abgefahren. Den muss ich noch hören. Herrlich, 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 aber ich habe noch mehr gelacht und zwar, ähm, über den Ach, äh, Ach-Podcast, also das ist ja dieses, äh, wie haben sie sie genannt? Moment, ich muss eben gucken, äh, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Das könnte auch was für Travis, 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 Quatsch, für Travis sein, sorry, ähm, ich, äh, ich kann den Namen, ich bin müde gesprochen anscheinend. Und zwar sind das drei Herren, die auch, äh, Geschichten aus der Geschichte erzählen, aus der Vergangenheit erzählen. In der ersten Episode haben sie von einem U-Boot erzählt, was leider untergegangen ist, weil jemand die Toilettenspülung falsch bedient hat. Da ist das Boot quasi von Wasser gelaufen. Und, äh, in der sechsten Episode habe ich jetzt gerade gestern gehört, da geht es um einen, äh, Mann, der unbedingt an einem Golfturnier teilnehmen möchte, obwohl er eigentlich nicht Golf spielen kann. Das ist, äh, der ist sich absolut nicht abschütteln und von Jahr zu Jahr, äh, versucht er immer wieder, ähm, daran teilzunehmen. Das ist insofern eine lustige, äh, Folge, weil die Geschichte eigentlich schneller erzählt werden könnte, wenn die drei nicht ständig abschweifen. Ja. Und, ähm, der Erzähler immer wieder unterbrochen wird von, von Bemerkungen, äh, die jemand einwirft und teilweise so sagt, ja, jetzt müsste nur noch dieses oder jenes passieren und dann kommt es in der Geschichte genau so. Also, es ist total witzig. Ich habe hier einen ganz kurzen Höreindruck mitgebracht. Ähm, ich habe also wirklich sehr gelacht dabei. Er meldet sich wieder mit seiner englischen Adresse an. Auf dem Weg nach London zum regionalen Qualifier, diesmal mit seinem Sohn Gene und einem Van statt einem Zelt, machen Maurice's Nerven erneut die Flatter. Aber dieses Mal würde er nicht kneifen. Der 22-jährige Mark Charman beschreibt seinen Spielpartner bei den 1981er Qualifiern. Da waren einige ziemlich grelle Farben am Start. Er war nicht subtil, er war nicht schüchtern, aber alles war gut, bis er dann einen Golfschläger in die Hand nahm. Denn dann begann man sich wirklich zu wundern. Und je länger die Wunde dauerte, desto weniger gab es sich, worüber man sich wunderte. Er spielte, er spielte wirklich kreuz und quer. Natürlich redete er hier über Gene Pei Jackie. Und dann sagt er noch, ich habe Heuschnupfen, aber an jenem Tag hatte ich wirklich Sorge, dass meine Tabletten nicht reichen würden. Ja, das ist auch diese sehr, diese sehr, sehr ausgeprägte Lache da im Hintergrund. Das ist einfach, das hat mich sehr, sehr animiert. Und die haben dann tatsächlich zweieinhalb Stunden dafür gebraucht, diese, eine Geschichte mit vielen Umwegen zu erzählen. Und das ist einfach sehr schön. Man wird, man wird zu Maurice Fan. Man kennt diesen Menschen nicht, aber er erlärt, diese Hartnäckigkeit, mit der er sein Ziel verfolgt, dass es wirklich Beispiel gibt. Also hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Wenn man, wenn man an den ganzen Spaß hat, dann merkt man, also das kommt durch das Mikrofon auf jeden Fall durch. Und ja, da hat man das gehört. Ja, das würde ich auf jeden Fall hören. Das werde ich auf jeden Fall hören. Super, kann ich nur empfehlen. Okay, damit sind wir durch. Wir haben es geschafft. Ich, ich muss noch eine Sache kurz erwähnen. Ja, gerne. Ich hätte es auch beinahe vergessen, aber das ist super cool, weil, ähm, ich glaube, ihr hattet letzte Folge oder so, die Brigitte Hagedorn von audiobeiträge.de vorletzte Folge oder letzte Folge. Letzte Folge, ja. Die hat, die hat für mich bei Americana für euch was gemacht und das kommt morgen raus, glaube ich. Heute ist Donnerstag, morgen, genau, morgen um 8 Uhr, um 8 Uhr morgens, glaube ich, so habe ich das gescheduled. Ähm, sie spielt Siri. Diesen Spoiler gebe ich euch, aber das ist eben über Silicon Valley und ich habe, ich habe durch eure letzte Folge so, oh, Brigitte, und bei ihren Seite rumgestöbert und dann hat sie mir einfach, nächsten Tag hatte ich meinen Einsprecher dafür. Sehr cool, also habe ich durch euch entdeckt und sehr cool. Wow, klasse. Ich habe euren letzten Gast, er kommt bei mir morgen, ja. Das ist ja toll, da liegt ja das Sprichwort nahe, wie klein die Welt doch ist. Wie schön. Ja, aber es sind genau solche Geschichten, die ich über das Podcasten selber so liebe. So, ich habe, ich habe von dieser Person über diese Person kennengelernt oder irgendwie gehört oder keine Ahnung, die war mal zu Gast oder keine Ahnung und dann haben wir, natürlich haben wir unsere eigene Community über, oh, ich kenne dich doch irgendwie von Sendegate oder irgend sowas und ich finde sowas halt klasse. Selbst wenn ich hier keine Ahnung, wie viele tausende Meilen weg bin, hier an der Westküste, ist das doch cool. Absolut. Ich meine, wir können miteinander twittern, wir können miteinander im Sendegate diskutieren und wir können auch im Sendegarten miteinander reden, als würdest du neben mir sitzen. Meine Güte, es ist so klasse. Ganz, ganz toll. Echt super. Schön. Wunderbar. Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, meine lieben Mit-Podcasterinnen, nein, mit-Podcaster in diesem Fall, dann machen wir unser Sendegarten-Türchen so langsam zu. Ich sage nochmal nach, wo habe ich dich jetzt aufgeschrieben, nach Santa Clara, California, ganz, ganz herzlichen Dank an Therese Doe. Eine unbedingte Empfehlung, einem seiner Angebote zu folgen. Amerikaner für euch ist das, was uns am ehesten bekannt sein sollte, aber die Geschichte der deutschen Podcasts hat er ja so schön, so schön auch beschrieben, dass das auf jeden Fall auch neugierig macht. Hört eure eigene Geschichte mit amerikanischem Akzent. Genau. Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Absolut. Oder zum Sprachenlernen das geheime Kabinett in Englisch. Auch nicht schlecht. Das gibt es auch, genau. Ja, genau. Können wir ja auch was draus lernen. Und es ist so schön, also thematisch ja auch immer so ein bisschen schlüpfrig, dass es auch noch gleichzeitig sehr reizvoll ist, sagen wir mal so. Gut. Ich sage danke schön Sebastian, der hier ganz heldenhaft die Stellung gehalten hat. Der Techniker war informiert und hat auch geholfen. Oh, ich höre eine Glocke. Das heißt, es ist authentisch. All right. Absolut authentisch. Ich bin es wirklich. Ich bin es wirklich. Okay. Das Wasserzeichen, das auditive Wasserzeichen. Okay, machen wir es nicht länger als nötig. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Aktivitäten im Chat, die hier schon wieder entfaltet worden sind. Für die kleinen Hackeleien dazwischendurch. Entschuldigung. Ja, wenn die Technik nicht mitspielt, dann können wir auch nichts dafür. Aber wir haben ja alles wieder hinbekommen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Travis. Vielleicht möchtest du noch ein nächstes Wort sagen an deine Gäste, an deine Zuhörer, an uns. Guck mal bei podcastnick.com vorbei. Ansonsten, das hat natürlich viel Spaß gemacht und hat mich wirklich gefreut. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist schön hier im Garten. Ah, sehr schön. Das ist gut zu hören. Sehr gut. Dankeschön, Sebastian, für deine Beiträge, die ganzen Informationen aus der Technikwelt. Ihr könnt dich ja niemals zusammenfassen, so wie du das machst. Super, super, super. Großartig. Okay, und wir hören jetzt das, Travis in die Tastenhaut. Da machen wir uns jetzt auch. Ich musste noch Have a Nice Day tippen. Das ist mein Americana-Ding. Have a nice day. Have a nice day. Okay, okay, ja dann. See you later and have a nice day. Tschüss zusammen. Have a nice day. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020